Der Sommer ist da und die Sound & Recording Ausgabe 03 2021. Auf was freust du dich mehr? Auf beides. Du kannst diese Ausgabe nehmen und dann setzt du dich draußen schön auf die Terrasse, ein kühles Getränk dazu und dann blätterst du deine Ruhe durch, lässt dir die Sonne auf die Birne scheinen und lässt es dir gut gehen. Ich glaube, das ist auch die erste Ausgabe, wo wir beide ein T-Shirt tragen. Ich glaube auch. Ja, das wurde jetzt auch sehr schnell warm diese Woche. Vorher war immer so, ich kann mich nicht entscheiden. Möchte ich mal warm werden? Möchte ich mal kalt sein des Wetters? Es war sehr viel Grau, sehr viel Regen, aber jetzt ballert es dermaßen und es wird auch hier oben gerade relativ warm im Studio dran. Und das Blöde ist, ich kann jetzt gerade den Ventilator nicht anmachen, weil das wäre nicht so cool fürs Mikro. Ja, mein Ventilator läuft, aber ich habe einen Expander drauf, dann hört man das jetzt im Stream. Das ist der Apple-Ventilator, ne? Genau, der Apple-Ventilator, aber dazu kommen wir gleich noch. Du hast dich aber wieder als Werbebande verkleidet, aber vielleicht kommen wir da auch später nochmal drauf. Alles klar. Alle Podcast-HörerInnen können dich jetzt nicht sehen, aber schaut doch mal in den Stream rein und ratet, was Klaus da auf seinem T-Shirt hat. Aber kommen wir mal zur Sound- und Recording-Ausgabe. Die steht auch hinter mir im Regal, nur man sieht sie im Stream leider nicht so. Das Cover ist relativ dunkel geworden und vorne drauf prangt das Tonstudio in London ein bestimmtes, nämlich The Empire. Tonstudio, was in eine alte Kirche gebaut wurde. Also sehr, sehr großer Raum, sehr modern aufgemacht, sieht fantastisch aus, macht total Bock, da mal hinzugehen, lädt dazu ein. Peter Walsh hat da eine Kolumne drüber geschrieben, sollte man sich anschauen. Auch eine super Story, ist die Studioszene über das Lee Music Studio in Südfrankreich. Und auch da werden wir später nochmal drauf zukommen. Denn wir veranstalten da ja dort einen Workshop mit Moses Schneider. Aber wie gesagt, mehr Infos dann später. Was haben wir noch? Das Black Lion Audio Revolution 2x2 Audio Interface haben wir im Test, das Nord Piano 5, den Profit 10 als Desktop-Version. Ziemlich cool. Und wir haben die Fokal Clear MG Professional, also mit der Magnesium-Membran, über die wir auch mal gesprochen haben. Die brennen auch unter Wasser. Genau, die brennen unter Wasser und nach dem Sport macht das sehr viel Sinn, die Muskeln mit Magnesium zu versorgen. Und du hast auch was gemacht. Du hast einen Flötensound nachgebaut mit Sampling und Synthese. Richtig. Das ist ja momentan so ein Trend bei diversen modernen Klangerzeugern, dass die nicht nur Synthese-Funktionen drin haben, sondern eben auch Sample Playback. Und da habe ich mir einfach mal gedacht, das kann man ja auch einfach so nutzen, indem man einen Sampler und einen Synthesizer parallel nutzt, gleichzeitig antriggert und dann einfach mal ein einfaches Beispiel zum zeigen, ja, wie kann man das denn sinnvoll einsetzen. Genau. Und Waldemar beschäftigt sich in seinem Mixing-Tutorial mit dem Thema Side-Chaining. Sehr cool. Ja, und die neue Ausgabe könnt ihr versandkostenfrei bestellen unter www.soundandrecording.de slash shop. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Lesen. Jawohl, ich freue mich schon drauf. Sound & Recording Wochenrückblick, Ausgabe 69, wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Hallo an alle HörerInnen da draußen an euren digitalen Endgeräten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und schön, Klaus, dass auch du heute Morgen ausnahmsweise am Freitag dabei bist. Nicht wie gewohnt am Donnerstag, sondern wir haben gedacht, okay, Feiertag, machen wir aber Feiertag. Aber dafür lassen wir es diesmal nicht. Nee, 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 nee. Ich habe hier gestern schön brav gesessen und gearbeitet. Okay. Ich habe Feiertag gemacht. Hast auch verdient. Ich habe einen Papa-Tochter-Tag. Sehr gut, sehr cool. Ja, wir sind heute alleine und wir wollen heute über das Thema Songwriting sprechen und darüber, wie man Musik produziert mit Akkord-Tools. Das heißt, theoretisch könnte jeder damit Musik machen und auch wirklich große Arrangements, ohne auch irgendwelche Notenkenntnis zu haben. Aber schieß mal los. Wie viel Musiktheorie muss man kennen? Oder was muss man wissen, wenn man Musik macht mit solchen Tools? Ja, also wenn du die Tools benutzt, dann musst du wahrscheinlich schon ein bisschen Wissen haben. Ich sagte, die Frage kommt jetzt erstmal, wie viel Musiktheorie muss man haben, um Musik zu machen? Wahrscheinlich keine. Also ich meine, das haben ja schon diverse große Künstler bewiesen, dass man das nicht unbedingt muss. Es hilft natürlich ungemein. Wie siehst du das denn überhaupt? Also muss man musikalisches Grundwissen haben oder musiktheoretisches Grundwissen? Also ich werde mich heute outen als Notenlegastheniker und ich bin auch kein Tasten-Virtuose, um es mal so zu sagen. Also ich habe meine verschiedenen Workarounds, mit denen ich mich durchmogel. Entweder programmiere ich mir Akkorde, lege mir beispielsweise den Grundton hin, gucke dann irgendwie in Halbtonschritten, was dann dazu passt und dann meistens halt noch die Oktave dazu und das war's. Und ansonsten ist halt irgendwie alles mit Zehnfingersuchsystem und halt super viel ausprobieren und halt auch auf happy accidents. Aber ich glaube, was man schon wissen sollte, wenn man mit einer Tastatur arbeitet, dass man weiß, wo die Grundtöne liegen. Das ist schon relativ praktisch. Also ich zum Beispiel orientiere mich da immer an den zwei Tasten auf der Tastatur und ich weiß, dass links daneben halt das C sitzt oder an den drei Tasten, wo die drei schwarzen Tasten sind, weiß ich, dass daneben links daneben das F liegt. Also und dann, und was ich jetzt auch immer häufiger mache, ist, also was, ich weiß jetzt, ich weiß natürlich mittlerweile, wie man sich einen Dur-Akkord und einen Moll-Akkord zusammenbaut. Das heißt, man hat einen Grundton, dann geht man halt und einen Dur-Akkord setzt sich dann halt eben so zusammen, dass man dann, dass die nächste Note dann halt vier Halbtonschritte drüber liegt und der nächste Ton dann halt wieder drei Halbtonschritte, also du hast praktisch eins, vier, drei und beim Dur-Akkord, äh, Moll-Akkord hast du halt eins, drei, vier. Korrekt. Also und das ist, also ich glaube, das sind die einzigen Sachen, die ich weiß, so im Prinzip. Man kann es jetzt noch schön ausdrucken, indem man sagt einfach beim Dur- und beim Moll-Akkord, da wechselt dann zwischen der großen Terz und der kleinen Terz in der Mitte. Genau, aber wenn man Musiktheorie kann, genau, wenn man mit Musiktheorie sich auseinandersetzt, dann kriegt man das schon hin, aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin halt kein Mathematiker, ne, mir fällt das total, sowas total schwer. Es ist halt, wenn man sich da intensiv miteinander setzt, dann wird man das wahrscheinlich verstehen, aber natürlich weiß ich auch auf der Gitarre, welchen Ton ich gerade greife oder spiele, ja, aber ich kenne zum Beispiel auch die ganzen Skalen nicht auswendig, ne, also ich kann dir jetzt nicht unbedingt sagen, welche Töne in der Skala, ich weiß nicht, E-Moll sind oder sowas, ne, das kann ich dir jetzt nicht unbedingt aus dem Kopf raus sagen, das muss ich erst mal probieren und testen, aber meistens lese ich es halt nach. Ich habe auch wirklich hier so auf meinem Desktop einen Ordner, wo ich so Screenshots habe von, oder da gibt es Ripped Cream, heißt das irgendwie, Ripped Cream Audio oder so, da haue ich euch auch nochmal in die Shownotes, die haben solche, die haben da solche hilfreichen Bilder einfach, so Grafiken, ne, die haben auch so wie Panning funktioniert, am besten, wo die verschieden, in welchen Frequenzbereichen die unterschiedlichen Instrumente angeordnet sind, ob man die links oder rechts pannt und so Sachen, da ist ein Kram, also das ist schon echt ganz cool und unter anderem haben die dort auch Akkordtabellen und halt auch Grafiken, die dir zeigen, welche Noten bzw. welche Akkorden, Akkordprogressionen halt in welchen Skalen halt liegen, ne, und das finde ich eigentlich schon, das ist so, wie ich mich durchmogel tatsächlich, also ich würde es... Ich weiß auch gar nicht, ob ich das heutzutage noch als Mogel bezeichnen würde, weil das ist ja nicht schlimm sowas, also es kommt ja immer darauf an, wie und wann musst du das einsetzen, also wenn du das immer sehr schnell abrufen musst, okay, dann solltest du es können, ne, weil da kommt es eben auf Sekunden, also wenn beispielsweise der Kunde neben dir sitzt und du musst noch spontan improvisieren oder du musst auf der Bühne improvisieren, ne, dann solltest du das irgendwie einigermaßen draufhaben, aber wenn du bei dir im stillen Kämmerlein sitzt und einen Song schreibst, dann ist doch egal, ob du dafür jetzt eine Minute brauchst, wenn du mal kurz nachschlägst oder irgendein Hilfsmittel benutzt, Hauptsache es macht Spaß und du kommst weiter, das ist das Wichtigste, ne, und ich hätte mir damals im Musikunterricht gewünscht eigentlich mehr darüber zu lernen, aber ich glaube, da war ich zu jung, um überhaupt zu verstehen, dass es das A gibt und B nachzufragen, also das war dann irgendwie so Klavierunterricht mit sechs Jahren, ja, da hätte das gut hingepasst vielleicht, also vielleicht noch nicht mit sechs Jahren, aber dass man mal so ein bisschen Ansatz hat, ja, und deshalb habe ich später passenderweise beim Schlagzeugunterricht dann so ein bisschen gelernt, aber ja, auch wieder viel vergessen und deshalb, ich habe mir mal hier diese Formschönen Bücher gekauft, die halte ich hier einfach mal in die Kamera rein und für die, die es nicht sehen, das ist einmal die Popformeln von Fort Markramatz und die neue Harmonielehre von Frank Haunschild, ich habe sie beide noch nicht durchgearbeitet, ich wollte das immer mal machen, einfach weil ich das Thema halt wirklich geil finde, aber nee, so viel anderes auf dem Zettel gehabt und ja, es wird ja auch immer alles bequemer durch die ganzen Hilfsmittel, die man so hat. Ja, es sind auf jeden Fall zwei Bücher, die auch bei mir im Regal stehen, also ich habe sie noch nicht komplett durchgelesen, aber ich muss auch sagen, ich vergesse sowas immer, vielleicht weiß ich, vielleicht mein Kopf einfach zu voll, ich kann mir sowas jetzt im Moment, kann mir sowas einfach nicht mehr drauf schaffen, aber ich komme mit dem System, wie ich arbeite, komme ich halt ganz gut klar und vielleicht starten wir mal kurz mit den Tools, was immer praktisch ist, ist natürlich zu wissen, okay, in welcher Ton, in welcher Skala bewege ich mich gerade, in welcher Tonart, bin ich in C Major, bin ich in D Minor oder wo auch immer. Bevor du darauf eingehst, will ich dir kurz eine Frage stellen. Okay. Wenn du jetzt einen neuen Song schreibst, sagst du dann vorher, ich schreibe jetzt einen Song in G-Dur oder in D-Moll oder ist das einfach so, du probierst ein bisschen was und dann klingt das ganz gut und dann stellst du fest, ja, wo bin ich denn da gerade unterwegs? Genau. Also eigentlich ist es so, dass ich meine Songs so rangehe, dass ich mir irgendeinen Riff auf der Gitarre halt nehme oder ich klempe halt ein bisschen was auf dem Klavier rum oder auf dem Keyboard und gucke halt, was dabei rauskommt. Und daraus bastle ich dann meistens was. Ja, aber dann ist es natürlich auch schon hilfreich, wenn man weiß, in welcher Ton hat man sich bewegt, weil ich grundsätzlich immer, also ich schreibe sehr viele Songs, was ist das, in A, glaube ich, also ich habe dann oft ein A, ein B, ein D, oder nee, ein D, ein D-Dur ist es. Genau. Ich habe dann halt mein B, mein A, mein G. Das ist so die Tonart, in der ich mich halt super oft bewege, ja, und manchmal möchte ich halt da raus und manchmal, dann gucke ich halt einfach, okay, welcher Ton aus dieser Tonart oder welchen Akkord aus der Tonart habe ich ja noch nicht benutzt, so, ja, weil, um einfach mal aus meinem eigenen Universum da rauszukommen, ja, und dann ist es eigentlich, aber bei der, bei meiner Tonart, in der ich arbeite, weiß ich ja halt, in welcher Tonart es ist, aber sobald ich etwas anderes spiele, weiß ich es halt nicht mehr, ne? Und dann ist es halt schon hilfreich, wenn man weiß, in welcher Tonart man gerade ist und sich bewegt, ja? Richtig. Und auch dafür gibt es Tools tatsächlich, also da gibt es einmal dieses Mixed-in-Key von Captain Plugin, kostet 48 Dollar, gibt es als VST und AU, das heißt, man kann es halt in die DAW packen, auf den Masterbus setzen und dann schon erkennt das Tool, in welcher Tonart, man sich bewegt, zeigt sogar an, welche Töne am häufigsten vorkommen, also es zeigt, welche Töne zu dieser Skala dann dazugehören und eben, welche Töne am häufigsten da verwendet werden und das finde ich echt, eigentlich, das finde ich ein super Tool. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe versucht rauszufinden, ob es in Logic sowas gibt oder auch in Cubase, ich habe es nicht gefunden. Also Cubase definitiv nicht. Und das finde ich eigentlich ein super Tool, ich habe es mir noch nicht gekauft tatsächlich, bin ich noch am Überlegen. Bei Captain Plugins gibt es noch diverse andere solche hilfreichen Tools, aber da werden wir nochmal später drauf zukommen. Und dann ist es halt klar, okay, du weißt jetzt, okay, das ist die Tonart, in der ich arbeite und dann arbeite ich damit theoretisch weiter. Und zwar habe ich ein ganz geiles Tool gefunden, das nennt sich Suggester, also der Vorschläger. Das ist ein Tool, was Standalone arbeitet, kann man sich im App Store runterladen. Es gibt es nur, glaube ich, für Mac, wenn ich da richtig informiert bin, es gibt es aber auch für iPad und iPhone. Es sieht eigentlich aus wie aus den 90ern. Oben ist eine Tastatur eingeblendet, rechts sieht man mehrere Akkorde in unterschiedlichen Varianten. Ich kenne jetzt auch gerade mal darauf, das sieht wirklich nicht schön aus. Nee, also schön ist anders. Und links kann man sich dann praktisch die Akkordfolge reinziehen, die man haben möchte. Das heißt, man wählt eben eine Skala aus und schon zeigt einem das Tool an, welche Akkorde eben in dieser Tonart, dieser Skala drin sind. Man kann die dann auch anklicken und man hört die dann halt mit so einem uralten Pianos-Midi-Sound. Aber zur Orientierung ist das eigentlich echt ganz cool. Und dann kann man sich, man kann auch Tempo tatsächlich angeben und man kann sich die Akkorde dann links per Drag & Drop reinziehen. Und wenn man dann auf Play drückt, spielt das Tool halt eben die Akkordfolgen so ab. Und das ist eigentlich echt ganz witzig. Und man kann dann aber nicht nur Akkorde aus der Tonart selber raussuchen, sondern man kann sich dann natürlich auch an Akkorden aus anderen Skalen bedienen. Also die kann man dann praktisch importieren, wenn man mal einen Tonartwechsel drin haben will oder mal ausprobieren will. Okay, wie funktioniert denn der Tonartwechsel? Es gibt auch die ganzen Akkorde mit unterschiedlichen Endungen. Also ich kenne mich da wirklich überhaupt gar nicht aus, deshalb wir haben mal vor dem Vorfeld gesprochen, so mit diesem ganz Deso 7 oder 9 oder was weiß ich. Ich habe davon wirklich absolut überhaupt keine Ahnung. Das ist bei mir wirklich Trial and Error. Wir hätten wirklich noch so Disclaimer davor packen sollen. Also dass gewisse Sachen, die wir sagen, sollten vielleicht etwas mit Vorsicht genossen werden. Weil es kann auch sein, dass da mal was verwechselt wird. Ja, absolut, absolut. Also deshalb, wie gesagt, ich habe ja gesagt, heute wird sich hier definitiv geoutet, Butter bei die Fische. Genau, das ist halt einfach so, wie ich dann arbeite. Und das Coole ist halt, ich kann dann via Drag and Drop aus diesem Suggestor einfach meine, diese MIDI-Akkorde in Logic reinziehen, in mein Software-Instrument. Und das finde ich halt echt super cool, dass man dann, dann kann ich mir da halt einfach mal kurz mein Arrangement für Pads oder sonst irgendwas, für irgendwelche Flächen, Streicher oder halt auch für ein Klavier eben reinziehen. Klar, das ist jetzt noch nicht im Rhythmus oder so, das ist einfach nur der Grundton, aber dann gehe ich halt einfach hin und schnibbel, wenn ich halt irgendwie Achtel will oder Viertel, keine Ahnung. Dann gehe ich halt hin und schneide mir die eben in MIDI so, wie ich die haben möchte. Das finde ich echt, finde ich echt ganz cool. Und genau, also ich meine, der Suggestor hat mich damals 27,99 gekostet. Aber irgendwie aktuell finde ich keinen Preis im App Store. Also es kann sein, dass er mittlerweile umsonst ist. Dann kann, glaube ich, jeder mal eben sich gönnen. Also ich finde das halt einfach wirklich ein cooles Tool, wie eben schon gesagt. Man klickt halt auf die Skala, in der man sich bewegt. Die Akkorde werden einem angezeigt und ich habe halt immer meine, ich habe schon meine gewisse Akkordprogression, also meine Akkordfolge, möchte die dann halt auch mal verlassen und dann gucke ich halt einfach, okay, welche Akkorde sind denn noch in dieser Skala und dann versuche ich die halt einzubinden. Dann kann ich das mit Track & Drop einfach hin und her schieben in meinem MIDI-Arrangement und das finde ich echt schon sehr, 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 sehr cool. Ja. Bevor du jetzt weitermachst mit wahrscheinlich dem nächsten Plugin, mal kurz eine Zwischenfrage. Du hast dir jetzt schon zwei externe Tools vorgestellt. Warum externe Tools? Also als du irgendwann auf die Idee gekommen bist, okay, ich brauche irgendwelche Hilfsmittel für die Komposition, hast du da nicht zuerst mal in deiner DAB geguckt, ob da irgendwas enthalten ist oder hast du direkt einfach gesucht, so Hilfsmittel, ah hier Tools, Plugins, sonst was, gib mir. Genau. Also. Okay. Was ich immer häufiger mache, ist, wenn irgendjemand in irgendeinem Videotutorial ein teures Plugin vorfühlt, bin ich immer gewollt, in den Shop zu gehen und mir dieses ultra teure Plugin zu kaufen. Aber. Ja, Gas. Nur halt dann diesmal in der Software-Variante, nicht in der Hardware-Variante. Genau. Und mittlerweile google ich dann doch mal, okay, welche Funktionen habe ich in Logic oder mit den Plugins, die ich halt habe, also zum Beispiel Little Alter Boy, der kann ja auch die Formanten ändern und alles mögliche und der klingt halt einfach super geil, wenn du da zwei runter gehst oder zwei hoch, dann klingst du entweder männlich oder weiblich her und das ist halt einfach super cool. Also Little Alter Boy von Soundtoys, ne? Von Soundtoys, genau. Das ist ein super geiles Tool, gibt es auch gerade voll die heißen Angebote, deshalb bin ich da sehr, sehr angefixt gerade, aber ich glaube alle, wir wollen jetzt hier nicht so übermäßig Werbung machen, aber ich denke alle, die jetzt auf Facebook und Instagram unterwegs sind, ihr seht die Werbung. Sie ist sehr präsent im Moment, zumindest bei mir. Und ja, aber dann habe ich einfach mal gegoogelt, okay, welche Funktionen habe ich denn in Logic und dann gibt es halt auch dieses Vocal Shift, Vocal Transformer, heißt das Ding, in Logic und der kann das Gleiche, ne? Also der macht genau dasselbe und dann nutze ich jetzt halt den, statt mir da jetzt ein neues Plugin zu kaufen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das habe ich damals nicht gemacht und ich habe halt einfach direkt mal geguckt, okay, welche Tools gibt es denn so auf dem Markt? Und mittlerweile weiß ich, okay, es gibt in Logic auch den einen oder anderen Trick, aber auf den wir ja dann noch später noch zu sprechen kommen. Genau. Genau, was ich auch noch ganz cool gefunden habe, ist der auf... Wie oft hast du eigentlich heute schon cool gesagt? Ich weiß nicht, ich bin da total in dem Thema. Du bist ein bisschen enthusiastisch gerade, man merkt dir das an, ne? Ja, kleiner Tipp noch von Andreas Schöller, du siehst keinen Preis, weil du es schon gekauft hast. Ja, das dachte ich mir. Danke, Andreas. Ich habe dann aber versucht, auch auf der Website was rauszufinden, aber ich habe es tatsächlich nirgends gefunden. Was ich halt auch ganz cool finde, ich habe es nochmal gesagt, ist auf www.o.o. und dann limo.de, Gitarrenakkorde ist ein Übersetzer von Gitarrenakkorden in Pianos, finde ich ganz cool. Das ist wohl wirklich cool, ich sage es auch nochmal. Ja, aber dazu kommen wir auch gleich nochmal in Logic, gibt es da auch ein ganz cooles Feature. Nochmal cool? Ein ganz nices Feature. Nices Feature, okay. Okay, jetzt haben wir heute auch schon über Captain Chords gesprochen, das Tool Mixed in Key ist auch von Captain Chords, aber die haben hier auch noch, wie heißt das, ah ne, das Teil heißt Captain Chords. Das ist ein Bundle, ne? Ja, und wie heißt das nochmal, Captain Plugin heißt das, glaube ich, ne? Oder wie heißt die Brand nochmal, was habe ich jetzt? Captain Plugin heißt das, genau. Das eine Tool ist Mixed in Key, was herausfindet, in welcher Tonart ihr unterwegs seid. Das andere Tool ist Captain Chords 2.0. Bist du eigentlich bei YouTube auch mal eine Zeit lang mit Captain Werbung zugeschmissen worden? Also immer Werbung für Captain Plugins? Ja, die sind halt im DJ-Markt auch ziemlich krass unterwegs. Also ich finde die Tools auch sehr innovativ. Ich war schon kurz davor, auch hier auf Buy zu klicken, aber ja, wie gesagt. Bei mir sind die Captain Plugins in Sachen Werbung mittlerweile abgelöst worden von Unison Core Pack, Unison Core Pack, Unison MIDI Core Pack. Kennst du diese Werbung? Ne. Also das ist halt, das hängt natürlich davon abhängig, was du googlest. Also ich habe mich natürlich in letzter Zeit oft mit Soundtoys oder mit Captain Chords oder Captain Plugin beschäftigt und genau. Ja, aber dieses Captain Chords gibt es sowohl als Plugin für die DAW, aber auch als Standalone und man kann in Captain Chords praktisch ganze MIDI-Arrangements schon direkt machen. Also du drückst auf eine Taste, es spielt dir den kompletten Akkord, du kannst unterschiedliche Sounds reinladen, die auch schon dabei sind. Du sitzt halt am MIDI-Controller oder halt auch an der Computertastatur und Töne werden auch automatisch korrigiert, das kennen wir von anderen Tools auch. Es können verschiedene Rhythmiken ausprobiert werden, es liefert halt auch durch so einen, wie sagt man, durch so einen Zufallsgenerator, dann halt auch unterschiedliche Akkordprogressionen und das ist schon echt, ist auch schon echt ganz cool, also es ist praktisch Suggesta 10.0 so ungefähr. Ja, und man zieht das ja dann halt einfach auch einfach in seine DAW auf das Softwareinstrument oder man kann es ja eigentlich auch schon in der DAW mit seinem Softwareinstrument ausprobieren. Was wahrscheinlich die deutlich bequemere Lösung ist, ne? Ja, das Problem ist vielleicht dann die Performance, ne? Meinst du, dass es so schlimm ist, ist da eigentlich nur ein MIDI-Transformer, oder? Also ich habe gerade Performance-Probleme. Ja gut, dein Mac hat noch ganz andere Probleme. Mein Mac hat ganz andere Probleme, ja, aber da kommen wir später noch dazu. Genau, und Captain Plugin gibt es, Captain Chords gibt es in einem Bundle. Da ist Captain Chords dabei, dann Captain Deep und Captain Play. Ich habe keine Ahnung, was das andere ist, aber das ist für Windows. Und bei Mac ist Captain Chords, Captain Melody, Captain Deep und Captain Play dabei. Das sind auch unterschiedliche Tools, die für DJs relevant sind. Also du kannst dann auch praktisch in einem Standalone-Plugin einfach irgendwelche Songs raus reinladen und dann erkennt der automatisch auch den Key, also die Tonhaut, das Tempo, was halt eben für DJs sehr relevant ist. Ja. Und kostet 99 Dollar. Mhm. Genau. Ja, das ist ein Preis, da müsste ich glaube ich drüber nachdenken, aber ja, da kommt es dann auch wieder auf den Use Case an. Ja, also wenn jetzt Mixed in Key auch noch dabei wäre, fände ich das echt ganz cool. Ja, das stimmt. Das sind ja nur 58 Dollar mehr. Wenn es dann, ich finde, es würde Sinn machen, wenn das auch noch im Bundle wäre. Aber ist jetzt halt erstmal nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Tool, um cool nochmal zu erwähnen. Ein ähnlich aufgebautes Tool ist Audio Modern, Chord Jam. Hast du dir das angeguckt? Das scheint mir Mac-Only zu sein, oder? Also ich habe es mir nicht angeguckt. Ja, gibt es auch. Ah, doch gibt es auch für Windows. Genau, gibt es auch als iOS-Version und als AUAX VST VST3. Und ist im Prinzip, ja, ähnlich wie Captain Chords. Also du kannst dich auch, es erstellt dir auch Akkorde anhand einer Taste. Es hat Arpeggiator, es hat einen Sequencer drin. Ja, und natürlich Delay. Velocity kann man hier auch schon anpassen. Geht in Captain Chords auch. Du hast gerade ein gutes Stichwort genannt, muss man kurz reingrätschen, nämlich ein Arpeggiator. Das ist was, das finde ich relativ wichtig. Also gerade wenn du zum Beispiel im Bereich Dancemusik unterwegs bist, dann willst du halt oft, ja, liegende Chorde hast du, Log Chords hast du halt im Hintergrund für irgendwelche Pads, aber in der Regel brauchst du Arpeggien. Du kannst da natürlich hingehen und hinter das Chord-Tool wahrscheinlich ein Arpeggiator irgendwie hängen. Und wenn das jetzt aber wieder ein externes Tool ist, dann ist das umständlich. Und wenn du dann sowas direkt integriert hast, dann macht es das deutlich einfacher. Oder allgemein, wenn du halt irgendwelche Funktionen hast, die den Akkord auch direkt performen auf irgendeine Art und Weise. Das ist super. Ja, absolut. Und der Audio Modern Chord Jam kostet 39 Euro. Und fürs iPad oder für iOS kostet 7,99 Euro. Also das finde ich auch immer ganz cool, wenn man solche Sachen auch schon mal im iPad oder so ausarrangieren kann oder zumindest mal anfangen kann. Du kannst ja auch einfach hingehen und du hängst dir an dein iPad-Midi-Interface und benutzt es zum Antriggern von irgendwas. Genau. Ich habe es mir irgendwo notiert. Ich glaube, in eines von diesen Tools, ich meine, es war, genau, bei Captain Chord, das habe ich eben vergessen, kann man nämlich halt auch Software-Syns von Drittanbietern integrieren. Also man kann auf die, wie ist die Instrumente, schon da drin zugreifen. Also wenn man nur die Standalone, genau, wenn man direkt die Standalone-Version nutzt, das habe ich eben vergessen noch zu erwähnen. Das fand ich irgendwie ein ganz schönes Feature. Weißt du, was lustig ist? Wir haben jetzt so viel über Captain geredet. Bei mir klingelt die ganze Zeit Captain Iglo im Kopf und es gibt bei uns heute tatsächlich Fischstäbchen zum Mittag. Sehr geil. Bei uns bestimmt auch. Also bei uns gibt es eigentlich dreimal in der Woche Fischstäbchen mit Kartoffeln und Spinat. Lieblingsessen meiner Tochter, die ihr vielleicht auch das ein oder andere Mal im Hintergrund hören werdet. Denn wir haben Besuch. Wir sind heute Babysitter. Ah, alles klar. Nee, aber noch dein Geld, das hält nicht nur den Meck raus, sondern auch deine Tochter. Ja, gerade eben war nämlich auch landunter, so zwei Minuten vor der Aufnahme. Beide sind hingefallen, Drama und ja, aber alle, alle, es geht allen wieder gut. Sehr gut. Hey, kommt auch direkt Captain Morgan klingelt noch. Genau. Stimmt. Captain Morgan habe ich leider gerade keinen da, aber könnte man mal wieder. Was für Soft and Recording. Ja, genau. Und Michael Kunzmann sagt übrigens hier nochmal zur Younison-Werbung, ja, geht ihm auch auf den Keks. Sei froh, dass du sie noch nicht hast, aber die kommt auch noch. Genau. Also es gibt jetzt noch diverse andere Tools. Ich glaube, die Grundfunktionen sind sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, was am Ende entscheidend ist, ist, inwieweit passt das Tool zu seinem eigenen Workaround und Workflow. Also es gibt jetzt zum Beispiel noch Harvest Plugins. Forager ist auch ein ähnliches Akkord-Tool und auch für Harmonien. Oder Music Development, also kostet 49 Dollar. Und dann gibt es auch noch den Music Development Rapid Composer 4, was für mich aussieht wie aus den 80ern. Es scheint aber auch wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Tool zu sein. Also es gibt auch, zeigt auch unterschiedliche Akkorde an. Man kann unterschiedliche Arrangements machen mit verschiedenen Tracks, also unterschiedliche Softwareinstrumente, eigene Sounds hat rein. Also es hat eigene Sounds. Auch hier gewisse Akkordfolgen sind schon drin. Es gibt intelligent, wie heißt das nochmal, künstliche Intelligenz, was irgendwie mit einem Zufallsgenerator Akkordprogression macht. Zugriff auf alle möglichen Akkorde, 7-Sus-4, 7-Sus-5. Hast nicht gesehen. Super umfangreich, bietet einen Quintenzirkel, den man auch nutzen kann, wenn man solche Sachen benutzt. Aber im Prinzip, ich sage euch kurz noch den Preis, 149 Dollar. Hui, okay. Scheint aber wirklich sehr umfangreich zu sein. Aber im Prinzip, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, auf alle einzeln einzugehen. Ich haue euch die Links zu den ganzen Tools auf jeden Fall in die Shownotes. Pack auch noch vielleicht das ein oder andere Tutorial-Video in den Beitrag zum Podcast auf unserer Website soundrecording.de slash podcasts. Da könnt ihr euch die ganzen Tools auch nochmal anschauen. Oder, Klaus, sind dir irgendwelche besonderen Features in den Tools aufgefallen, die wir nochmal hier erörtern müssten? Also ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich irgendwo versteckte Funktionen gibt. Also gerade wahrscheinlich sowas wie, dass aus den Chords vielleicht auch eine Art, also wie ich das gerade eben mit dem Arpeggiator schon meinte, irgendeine Art von Melodie tatsächlich entsteht. Durch, dass du vielleicht einen Style auswählen kannst und dann wird daraus tatsächlich performt. Also das ist ja beispielsweise eine Funktion, die in den Toontrack-Sachen dran ist. Also bei Easy Keys zum Beispiel. Da kannst du dann ja auch wirklich sagen, okay, ich möchte halt die und die Akkordfolge haben und ich bewege mich bei meinem Song gerade im, keine Ahnung, im Jazz. Und dann werden entsprechende vorgefertigte Melodien da mit integriert. Also sind auch einfach MIDI-Loops, aber sie werden dann halt direkt angepasst an das. Und ich kann mir vorstellen, dass die teureren Tools wahrscheinlich dann da auch irgendwie eine Art Library integriert haben, dass also die Dinger dann auch direkt für dich performen und Melodie-Vorschläge geben. Aber es ist jetzt nur geraten. Ansonsten ist es halt alles immer, es basiert ja auf den gleichen Gesetzen, die werden ja nicht neu erfunden. Ja. Also der Rapid Composer 4, der kann das zum Beispiel, dass er gewisse Motive einfach schon erzeugt. Also Tonfolgen, Melodien, dann wie es so. Genau. Jo, das war das. Gibt's für Windows und für Mac, haben wir schon gesagt, glaube ich. Und das Interface ist echt alt. Und das ist Version 4. Ich bin gespannt, wie Version 3 aussah. Kann natürlich sein, dass es da wieder ein Update gerade gibt. Möglich, ja. Ich glaube, dass der letzte, obwohl er ist November 2020, kam das Update. Okay. Das heißt, also ist noch nicht so uralt. Mhm. Ja, du hast ja eben mich schon gefragt, warum ich denn nicht auf die Tools von Logic zugreife. Genau. Deshalb habe ich gedacht, okay, ich gucke mir mal an, was gibt's denn in Logic? Ja. Sehr gute Entscheidung. Was gibt's denn in Logic? Also was mir tatsächlich hilft, ist, ich drücke mehrere Tasten auf der Tastatur und Logic zeigt mir an, welche Note ich gerade spiele. Das ist schon mal sehr hilfreich, finde ich, ja? Ja. Und so kann man sich natürlich dann auch mit 12, äh, genau, mit 12, weil ich 12 Finger habe, 12-Finger-Suchsystem, kann man sich auch seine Akkorde dann halt basteln, ne? Aber über 12, ja, Akkorde mit 12 Fingern haben wir ja letzte Woche mit Henning schon gesprochen. Mhm. Dass man sich unbedingt, bevor man MIDI-Instrumente spielt oder beziehungsweise auch bearbeitet und menschlich klingen lassen will, sich damit beschäftigt, wie die gespielt werden. Genau. Und das fand ich ein ganz cooles Tool. Und was ich halt auch sehr schön finde, ist der Akkord Trigger in Logic Pro X, den man über die MIDI FX-Geschichte einspeist. Das heißt, man hat eine, die GUI ist eine Tastatur und man kann jetzt beispielsweise einstellen, dass ich mit einer Taste einen Akkord greifen möchte. Das wäre ein Du-Akkord oder ein Moll-Akkord. Man kann auch sagen, okay, ich will jetzt nur die Oktave, kleine, große Terz, Quarte, was weiß ich, keine Ahnung. Man kann aber halt auch einstellen, dass man beispielsweise Gitarrenchords spielen möchte. Das heißt, die Töne werden praktisch direkt als Barré-Akkord transformiert von einer Gitarre. Und das finde ich echt auch ganz cool, weil ich natürlich viele Gitarren-Arrangements mache. Und auch wenn ich dann beispielsweise den Session-Strummer oder so nutze oder irgendein Plugin, was klingt wie eine Gitarre, dann ist es natürlich ganz cool. Ich, wollen wir es erzählen. Du merkst es, ne? Also es ist echt übel. Jetzt, wo du es sagst. Neulich hat jemand geschrieben, Waldemar, müsst ihr mal aufpassen, in seinen Tutorials, der sagt immer oft quasi. Der sagt andauernd quasi. Und neulich hat auch wirklich jemand sein Video kommentiert mit quasi, quasi, quasi. Genau. Ein Freund von mir hat es mal geschafft, dreimal so zu sagen, in einem Satz zu sagen. Ist auch nicht schlecht. Ne, ist anstrengend. Absolut. Nein, ich versuche es weniger zu sagen. Ja, aber wie gesagt, du bist entschuldigt, weil du bist gerade voll im Thema dran und einfach enthusiastisch. Ja. Und was ich auch sehr schön finde, ist, dass man beispielsweise den linken Bereich der Tastatur so belegen kann, dass dort, oder beziehungsweise auch den rechten, dass dort die Töne dann, oder die einzelnen Noten halt den ganzen Akkord abspielen. Und das ist halt super, wenn du links den Grundakkord spielst und eben mit der rechten Hand eine Melodie dazu spielen möchtest. Mhm. Genau. Also mit dem Chord Trigger in Logic solltet ihr auf jeden Fall mal rum experimentieren. Und was ich auch sehr schön finde in Kombination mit Logic ist Logic Remote auf dem iPad. Ja, auf das Ding bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Weil wir alle dies nicht kennen, also Logic Remote auf dem iPad hat die Besonderheit, dass man mit einem Tastendruck schon direkt ganze Akkorde spielt. Also entweder auf der Gitarre oder auf dem Keyword, also beziehungsweise auf dem Klavier oder auf den ganzen Softwareinstrumenten oder halt auch bei Streichern. Also man hat das Griffbrett praktisch als, also visuell dargestellt, kann dann eben per Touch entweder einzelne Noten spielen, aber es gibt dann halt auch die Möglichkeit, mit einem Knopfdruck dann ganze Akkorde zu spielen. Und das ist halt wirklich super cool, weil du halt dann direkt den ganzen Akkord spielst und du kannst dann auch am iPad performen. Ja. Nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist, also man kann dann halt auch strummen. Also bei der Gitarre kannst du halt Stummings machen. Du kannst einzelne Melodien auf der Tastatur auch spielen. Du kannst einzelne Melodien auf dem Griffbrett spielen und er wandelt dir das dann halt direkt auch um. Und das ist schon, schon auch ein sehr, sehr tolles Feature. Ja, das ist irgendwie sowas, da denke ich mir, da sollte Steinberg mal nacharbeiten, weil wir haben auch damals direkt eine Remote-App für Cubase rausgebracht. Wir haben sie rausgebracht und dann haben sie sie irgendwie vergessen. Also sie funktioniert zwar noch, aber da hätte man noch so viel mehr draus machen können. Schade. Ja, und was ich, was halt in Logic auch noch ganz cool funktioniert, wenn man sich dann halt auch mal verspielt hat, dann macht man einfach die Skalenquantisierung an. Aber dazu muss man natürlich auch wissen, okay, welcher Ton hat bewege ich mich und dann im Medi-Editor geht man dann halt eben an, okay, ich bin in der und der Tonart, drückt Skalenquantisierung und der Ton ist in der richtigen Stelle. Also kann natürlich, wenn du vielleicht einen Halbfund rüber oder einen Halbfund runter, das muss man natürlich dann ausprobieren. Aber da, so entstehen halt dann auch eben Happy Accidents. Aber da sprechen wir ja noch später drüber. Ich glaube, jetzt habe ich 30 Minuten gequatscht und jetzt bist du dran. Das glaube ich auch mal, ja. Jetzt kommt Klaus. Genau. Du hast ja jetzt so sehr viele Funktionen und Tools vorgestellt und der QBIS-User sitzt jetzt daneben und denkt sich, ja, das ist alles nett. Habe ich schon alles. Da freust du dich, ne? Da freue ich mich tatsächlich, ja. Weil, also, vielleicht gibt es noch die eine oder andere Spezialfunktion, aber ich wüsste jetzt echt nicht, warum ich mir da irgendwas kaufen sollte, weil QBIS ist so umfangreich in der Hinsicht ausgestattet. Und das greift auch alles sehr, sehr schön ineinander. Ich wüsste also nicht, wofür ich das brauche. Fangen wir mal an. Warte mal ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Herzlich willkommen zu Klaus Beats Steinbeck. Dankeschön. So. Es geht los mit der Akkordspur. Also es gibt einen eigenen Spurtyp in QBIS, der ist nur für Akkorde gedacht. Und da gehst du eigentlich so vor, du kannst dir da einfach Platzhalter reinmalen und dann kannst du diese Platzhalter doppelt anklicken und in einem Editor kannst du dann sagen, okay, du bist jetzt der und der Akkord. Oder alternativ greifst du auf deiner Tastatur einfach ein paar Noten und dann erkennt er den Akkord und sagt dann, okay, gut, an dieser Stelle ist jetzt von mir aus ja, 10,3 Klang. Okay. Dann kannst du da auf den Next-Button drücken und er schlägt dir automatisch den nächsten passenden Akkord dazu vor. Du kannst verschiedenste Kriterien angeben, also du kannst sagen irgendwie, ich möchte mit einer ganz simplen Komplexität arbeiten, dann hast du eine sehr, sehr lange Liste an passenden Akkorden, die als nächstes folgen könnten. Die sind dann auch in verschiedenen Farben eingefärbt, also je grüner das Ganze ist, umso passender ist im Endeffekt der nächste Akkord, je roter das Ganze wird, dann bewegt man sich dann halt schon so in, ja, ich sage mal, die schrägeren Richtungen und je nachdem, was du halt auch noch für zürzliche Komplexitätseinstellungen hast, wird diese Liste immer weiter gefiltert. Dann suchst du dir halt deinen Akkord aus. Der wird natürlich dann auch testweise direkt von einem beliebigen Klangerzeuger angetriggert. Sagst, okay, der gefällt mir, drückst auf den nächsten und klickst dich da so durch. Alternativ kannst du beispielsweise auch sagen, ich möchte gerne auf C-Dur anfangen und ja, ganz am Ende von meiner Melodielinie, dann möchte ich, keine Ahnung, auf G-Dur von mir aus enden. Was mache ich denn dazwischen? Dann machst du dir da einfach so ein paar Palätshalter hin und wählst die an und dann öffnest du wieder diesen Editor und dann schlägt er dir einfach verschiedene Übergänge vor. Dann sagt er, okay, dann gehst du über, ich nenne jetzt gerade einfach nur mal Akkorde, die werden jetzt wahrscheinlich nicht passen. Du gehst jetzt C-Dur, dann machst du als nächstes A-Moll und dann machst du noch eine, keine Ahnung was, G-Dur, Sus7, irgendwas und dann landest du dann da am Ende bei dem passenden. Und halt auch wieder anhand verschiedenster Komplexitätseinstellungen gibt es da dann den passenden Übergang dazu. So. Das ist dann erstmal, um grundsätzlich eine Akkordstruktur festzulegen. Dann wird anhand der Akkorde, die du da eingespielt oder einprogrammiert hast, automatisch die passende Skala festgelegt. Die steht dann auch unten drunter und dient erstmal nur zur Orientierung, kannst du aber später dann in verschiedenen Editoren nutzen. Dann kannst du deinen diversen MIDI- und Instrumentenspuren sagen, so Leute, ihr müsst jetzt mal bitte dringend dieser Akkordspur folgen und dann wird Echtzeit-MIDI-Transformation eingesetzt. Also wenn du vorher auch völlig andere Akkorde in diesen Spuren dran hattest, die folgen ab jetzt der Akkordspur und du kannst halt jederzeit sagen, so, nee, den einen Akkord, den möchte ich jetzt gerne nochmal ändern in keine Ahnung was und alle MIDI-Spuren, die du halt zugewiesen hast, die folgen und ja, so kannst du wunderbar dein komplettes Arrangement direkt umändern. Bei der Skala ist es so, da kannst du dann im Key-Editor, also in der Piano-Roll sagen, okay, du musst jetzt bitte dringend hier der Skala, die ich vorgegeben habe, folgen. Du kannst entweder im Editor sagen, okay, ich gebe eine Skala vor oder du folgst der Skala in der Akkordspur und dann hast du einmal die Möglichkeit zu sagen, ich markiere mir farblich sämtliche Noten in der Piano-Roll, ob die dazu passen oder ob die nicht passen, dann werden die halt entweder wieder grüner oder roter. Oder du kannst direkt sagen, ich erlaube gewisse Sachen gar nicht und dann sind die Sachen halt einfach blockiert. Das heißt, Töne, die beispielsweise in der aktuellen Skala, also in der Tonart nicht vorhanden sind, die kannst du gar nicht reinmalen. Die Tonhöhnenquantisierung, die du eben angesprochen hast, die gibt es natürlich auch. Also wenn du dann einmal auf einmal alles rot hast, dann wälzt du es einmal kurz an, machst Tonhöhnenquantisierung und dann passt es wieder alles. Muss man gegebenenfalls dann vielleicht nochmal einen Halbton nach oben oder unten rücken, aber so, dass es einigermaßen funktioniert. Und das Ganze funktioniert auch in Echtzeit. Also eigentlich wie die normale Autokantisierung, wenn du was einspielst, dass er halt timingmäßig was korrigiert, macht das dann dafür MIDI-Eingaben. Also dann werden halt gewisse Noten werden einfach ignoriert beziehungsweise dann wird dann halt die passende darüber oder darunter gespielt. Also du kannst dich im Endeffekt nicht mehr verspielen an der Stelle. Das ist so erstmal die Akkordspur zusammen mit ihren Skalen. Dann gibt es dazu passend noch eine Transponierungsspur. Also wenn du irgendwann nochmal sagen möchtest, so wie man das früher mal in Songs gemacht hat, so der letzte Refrain, der muss nochmal ganz ton höher, dann nimmst du die Transponierungsspur dafür und kannst für jedes Event einzeln sagen und diesmal nicht nur MIDI, sondern auch Audio bitte eine Transponierungsspur folgen. Ja und wenn dann halt irgendwo plus zwei Halbtöne ist, dann wird halt sämtliches MIDI einfach mal hochgepitcht und Audio auch. Du musst natürlich aufpassen, dass du jetzt nicht unbedingt keine Ahnung, deine Drumloops oder sowas hochpitchst, aber das kannst du ja einstellen. Und dann gibt es auch die Akkordpads wieder, die hast du ja in den Logic auch und die sitzen als Trigger eigentlich wie so eine Art Input-Trigger, also der schaltet dann dein MIDI-Keyboard stumm und du kannst um das MIDI-Keyboard dann die Akkordpads antriggern und es gibt erstmal eine ganze Menge Presets, die dabei sind, wo dann halt die erstmal schon mit jede Menge bekannten Akkordfolgen belegt sind. Du kannst für jedes Pad dann erstmal den Akkord einstellen, du kannst auch hier wieder verschiedene Tools ansehen, also du kannst erstmal für das Pad sagen, ja ich wähle einfach einen Akkord aus einer Liste aus oder ich greife einen Akkord auf meiner Tastatur und er erkennt den oder ich nehme einen so Näherungsassistenten, dann sieht man halt, okay ich habe einen gewissen Grundakkord, was sind die nächsten Akkorde dazu, die ich dann vielleicht auf andere Pads lege, genauso gibt es auch den Quintenzirkel integriert und dann kann ich für jedes Pad auch noch einstellen, welches Voicing soll gespielt werden, also welche Umkehrung und du kannst auch noch so Tensionnoten, die dann für gewisse Spannungen da drin sorgen, aktivieren. Das Ganze kannst du auch über MIDI-Controller fernsteuern, du kannst also eigentlich mit diesen Akkordpads auch performen, dass du dann sagen kannst, ja ich pitche die jetzt hoch, ich ändere über MIDI-Controller oder auch Tasten auf dem Keyboard die Tensions oder die Voicings, kannst du auch hier dann sagen, das sind jetzt Voicings, die für Pianisten sind oder die für Gitarristen sind und dann gibt es auch noch adaptive Voicings und zwar, wenn du dann diese Akkordpads hintereinander triggerst, dann ändern sich die Voicings immer passend zu den Pads, die du vorher angespielt hast. Das kannst du auch wieder abschalten, also wenn du immer willst, dass die über die gleichen oder die gleiche Umkehrung greifen, geht das alles, aber so werden die halt nie langweilig und dann wandern zum Beispiel halt mal die Akkorde so nach oben, also es hört sich sehr, sehr cool an. Dann gibt es die Möglichkeit auch hier zu sagen, ich möchte nicht einfach nur, dass ein Akkord wiedergegeben wird, sondern du kannst auch eine MIDI-Loop reinladen, also MIDI-Loop ist der Begriff in Cubase für im Endeffekt, du hast ein MIDI-File, wo halt eine Melodie zum Beispiel drin ist, kannst in der Regel auch dafür direkt einen passenden Klangerzeuger abspeichern, aber hier ziehst du dann einfach die MIDI-Loop rein und dann spielt halt nicht mehr ein Akkord, sondern eben diese Melodie-Linie, so ein bisschen wie ich das eben beim Easy Keys meinte und was du dann mit diesen Akkordpads machst, ist eigentlich so ein bisschen die Frage, also du kannst einfach dann aufnehmen mit denen, dann werden halt einfach diese Akkorde in die Spur reingeschrieben, du kannst auch einfach per Drag & Drop reinziehen oder eben, du hängst dir zum Beispiel in die entsprechende Spur, wo du gerade drauf bist, noch einen Arpeggiator dahinter, den gibt es ja als MIDI-Plugin da drin und dann wird das Ganze aufgebrochen und landet dann eben als einzelne MIDI-Noten in der Spur und ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel, was man da noch ergänzen könnte, also ich bin da sehr, sehr glücklich mit. Ah, bist du schon fertig mit der Auflistung, ja? Ja, also ich habe eine ganze Menge übersehen, weil alleine die Möglichkeiten zur Konfiguration der Akkordpads, es gibt glaube ich irgendwie zwei oder drei Optionsmenüs mit jeweils nochmal zwei oder drei Unterseiten oder so, es ist eklig, wie viel du da einstellen kannst und ja, ich glaube vieles davon muss man auch gar nicht erst anfassen, aber es ist super, um es einfach mal auszuklappen, rumzuspielen, es passiert direkt eine ganze Menge und vor allen Dingen es wird super viel Material mitgeliefert, womit du einfach loslegen kannst, also allein schon diese ganzen Presets für die Akkordpads, da gibt es dann halt zum Beispiel eins, das sind die Famous Chord Progressions, da weißt du auch direkt, wenn du loslegst, okay, ich glaube die ersten vier Akkordpads dann bist du direkt bei Imagine oder sowas, ja, oder halt für die verschiedensten Stilistiken dann eben die passenden Akkorde rauszufinden. Ja, das ist auf jeden Fall auch richtig, definitiv ein guter Punkt, aber das wäre jetzt auch ein anderes Thema. Ja. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, muss ich sagen. Okay, dann ist ja gut, ich werde nochmal bei Steinbeck nachfragen und dann sage ich ja hier, wir brauchen noch speziellen Bohnenfunktionen. Aber vieles, was du tatsächlich angesprochen hast, gibt es auch in den MIDI, in mir den MIDI-Tools bei Logic, ne, der habe ich jetzt gar nicht aufgenommen. Ich glaube, wenn man da mal tief einsteigt und einfach mal wühlt, was gibt es denn überhaupt an Funktionen in den Hosts drin, dann werden viele von diesen Plugins auch teilweise obsolet. Ja, total, also auch Arpeggiator oder sowas, den gibt es auch in den MIDI-Tools und den ganzen Kram. Ich bin ja froh, dass es nicht mehr dieses MIDI-Environment gibt, wo man sich alles patchen muss. Wo das war ja ganz cool manchmal, aber bin ich jetzt eigentlich ganz froh. Ja, man muss natürlich sagen, also ich finde es eigentlich am besten, wenn diese Tools direkt wirklich auf DAW-Ebene integriert sind, weil du hast natürlich den Vorteil, alles, was danach kommt, ist im Endeffekt frei rootbar. Das heißt also, du kannst dahinter hängen, was du möchtest. Du kannst mit dem MIDI-Material machen, was du möchtest. Wenn es jetzt ein externes Programm ist, dann ist immer wieder die Überlegung, okay, wie kriege ich mein MIDI jetzt in den Host rein oder halt ein Plugin. Wie kann ich es dann noch richtig routen? Manche Hosts erlauben ja jetzt nicht unbedingt das allerfreie ist im MIDI-Routing. Wenn das halt natürlich direkt auf der untersten Ebene in dem Host ist, dann ist es eigentlich noch so am sichersten und am flexibelsten. Es kann natürlich auch sein, dass es dann vielleicht, wenn du das alles in einem speziellen Plugin wiederum hast, dann ist es vielleicht mit einem etwas, ich sag mal, musikalischeren oder schöneren Ansatz. Während wenn es im Host drin ist, dann ist es halt zum Beispiel UI-mäßig natürlich an den Host angepasst, relativ nüchtern alles. Und wenn du es so als Plugin hast, dann kannst du es irgendwie mehr, ja vielleicht ein bisschen mehr spielerisch rüberbringen. Ja, neulich bei der Studioszene gab es ja den Beitrag zu, von FL Studio. Viele liebe Grüße an Phil an dieser Stelle. Und er hat mich da auch eigentlich so ein bisschen auf die Idee gebracht, nach solchen Tools zu suchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil er hat da viele solcher Tools in FL Studio vorgestellt. Es gibt ja Rift Machine und Stamp Tool, aber du hast dir die Sachen nochmal genauer angeschaut. Berichte uns doch mal. Ja, also das Stamp Tool, das ist jetzt eigentlich gar kein besonderes Tool. Das wird es wahrscheinlich so in Logic auch gehen, in Keywords gibt es das definitiv. Also das ist eigentlich eine Liste an verschiedenen Chords und anstatt, dass du jetzt mit deinem Stiftwerkzeug einzelne Noten in die Keyroll rein zeichnest, zeichnest du halt direkt einen kompletten Akkord rein. Das war es eigentlich schon. Da ist jetzt keine weitere Intelligenz dahinter, dass du dann halt sagst, okay, jetzt kommt der nächste passende Akkord oder sowas. Sondern es ist einfach nur, du weißt, was du für einen Akkord haben willst. Dann musst du halt nicht hingehen und drei oder vier Noten malen, sondern einfach fupp, da ist er. Und die Riff Machine wiederum, die ist ziemlich cool. Jetzt habe ich es auch gesagt. Die hat auch, die hat einen sehr schönen Zufallsfaktor drin. Also es gibt diverse Random Funktionen da drin. Und ich glaube, das ist auch das, was das Ding mächtig macht. Eigentlich ist das so ein Dialog, da klickst du dich durch verschiedene Ebenen durch. Du musst Sachen vorgeben. Du sagst erst mal irgendwie, was ist der Grundton, den ich haben möchte? Was sind die Akkorde, die ich über eine gewisse Länge daran haben möchte? Dann kommt eine Arpeggiator Funktion, die du konfigurieren kannst. Dann gibt es eine Mirror Funktion. Dann wird das Arrangement entweder horizontal oder vertikal gespiegelt, einfach um eine Variation zu erzeugen. Dann gibt es Humanizing. Da haben wir eigentlich jetzt, ja, da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, haben wir jetzt in diesem Zug noch gar nicht darüber gesprochen, aber ist natürlich auch eine Sache, weil das auf MIDI-Ebene alles stattfindet, kann man da direkt mit integrieren. Also dass du eine Art Humanizing hast, dass es mehr halt direkt wie eine menschliche Performance klingt. Also du hast dann verschiedene Velocity-Stufen zum Beispiel. Genauso auch verschiedene Notenlängen oder halt auch eine leichte Timing-Verschiebung. Einfach, dass das Ganze direkt ein bisschen lebendiger gespielt ist. Dann kannst du noch eine Skalenrestriktion vorgeben, dass also manche Sachen einfach gar nicht gespielt werden. Und dann landet halt am Ende anhand dessen, was du da alles konfiguriert hast. Man kann schon sagen, entweder eine einfache Akkordfolge oder halt sogar wie eine Art Melodie oder ein Arpeggio in deiner Piano Roll drin. Und das haben sie schon sehr schön gemacht. Und gerade halt wirklich mit diesen ganzen Zufallsfunktionen, wo du dann einfach mal sagen kannst, würfel mir das alles bitte mal durcheinander. Und es wird oft sehr schräg klingen, aber du hast eben die Happy Accidents angesprochen. Die kannst du damit halt ziemlich forcieren. Genau. Über Easy Keys haben wir ja auch schon gesprochen. Genau. Also in Easy Keys kannst du ja, da gibt es eine Art, ich glaube, der heißt Songtrack oder sowas, wie eine Spur, die in dem Instrument mit drin ist. Da kannst du auch verschiedene Akkordfolgen reinziehen und die haben da auch wieder eine Art Quintenzirkel drin integriert. Und dann zusätzlich, wie halt bei den ganzen Toontrack Libraries, also bei den Drummern kennt man das ja, da sind die ganzen Drum-Midi-Files mit integriert und kannst ja auch dann Expansions dafür kaufen, halt in den verschiedensten Spielstilistiken, die dann wieder gegeben werden. Bei Easy Keys ist es genauso. Da gibt es halt dann die ganzen Midi-Loops für die verschiedensten Stilistiken und die Libraries sind sehr, sehr umfangreich. Die werden dann direkt anhand von diesem Songtrack entsprechend transponiert und wiedergegeben. Und das Ganze kannst du dir dann nachher per Drag & Drop in deinen Host reinziehen oder ich glaube, alternativ spiele es auch einfach mit. Spielt auch mit. Ja, ist bei Easy Bass oder bei Superior Drummer genauso, ja. Genau, ja. Was wir hier noch auf der Liste haben, ist, dass es auch natürlich Hardware-Controller gibt, die diese Features auch schon integriert haben, wie beispielsweise Complete Control. Es gibt ja auch die Variante mit LEDs, die dir dann auch anzeigt, okay, du kannst eine Tonart einstellen, auf der Tastatur wird dir angezeigt in Form von LEDs, welche Tasten du greifen darfst oder beziehungsweise welche Noten in dieser Skala sind. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass du eine Taste drückst und dann einen Akkord auch rauskommst und rausbekommst und das ist auch wirklich sehr umfangreich und detailliert, die ganzen Features, die da drin sind. Sollte man sich auch mal angucken. Also ich habe jetzt auch aktuell das Novation SL MK3, diese ganzen Hardware-Controller, du kennst wahrscheinlich noch ein paar weitere, die diese Features haben, aber es gibt auf jeden Fall eine Menge. Ja, es ist halt auch einfach super hilfreich, also gerade allein schon so Chord-Tools, um einfach mal kurz Chords abrufen zu können. Ich meine, man kennt das ja noch irgendwie von ganz früher, was du so eine Chord-Memory-Funktion drin hast. Einfach, du greifst einen Akkord auf dem Keyboard und drückst auf Chord-Memory und dann halt wird dieser Akkord immer wieder getriggert, je nachdem, wo du halt gerade passend spielst. Ich meine, das ist ja auch schon so ein bisschen was, was in die Richtung geht. Und ich meine, da du das MIDI-Keyboard kannst du im Endeffekt nicht mehr neu erfinden, die haben alle irgendwie ihre acht Podis, ihre acht Feder, ihre acht Drum-Pads fertig und irgendwelche neuen Funktionen müssen sie ja einbauen und da sind natürlich dann solche Spielhilfen, die sind da schon super. Total. Ja, ich nenne euch einfach noch ein paar kurze weitere Apps. Da gibt es einmal das Tonally, das ist auch eine Art Quintenzirkel, kann man auch die Tonart, den Takt angeben, eine gewisse Akkordprogression festlegen. Gibt es für iPhone und ein iPad, dann gibt es Tonality, das ist auch wieder so ein Übersetzer von Piano Chords in Gitarren Chords, kostet 3,49 Euro, also das ist für mich als wirklich als Gitarrist super geil, also von solchen Tools bin ich begeistert. Dann gibt es auch noch Chordboard, Chordboard.com, es auch, wie gesagt, die Tools sind eigentlich alle ähnlich, schaut sie euch einfach an, was halt auch, was ihr jetzt auch parallel vielleicht mal machen könnt, ist Autochord.com ist ein browserbasiertes Tool, das heißt, man gibt dort auch die Skala an und bekommt dann auch schon verschiedene Progressionen ausgespuckt und es wird einem auch angezeigt, welche Akkorde dann halt auch in der jeweiligen Tonart drin sind. Also es ist echt, echt cool. Es gibt auch noch Klimper, das ist auch so eine App, die es auch als VST gibt, die es auch für Ableton, ich glaube in Ableton wird hier häufig angewandt, ich finde den Namen super geil tatsächlich, also finde ich super geil für so einen Tui-Klimper. Werde ich so, Literaturpreis, werde ich dafür auch rausgeben. Ja, Akkordtabellen habe ich schon angesprochen, ripitcreamsound.com auch, super, ich glaube, die kenne ich auch, diesen, es gibt einen Podcast dazu, ich glaube, wie heißt er denn? Irgendwas mit Band, Irgendwas mit Band, Recordings, die haben auch immer coole Themen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber mir fällt der Name auch gar nicht ein. Muss ich nochmal ein bisschen überlegen. Irgendwas mit Home, Home Band Recording oder? Ja, irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall echt ganz, ganz gut gemacht, auf jeden Fall. Super. Und die haben halt wirklich viel so, so weiterführendes Material, also so PDFs und so ein Kram, die man sich dann da kostenlos noch runterladen kann oder halt auch natürlich gegen Bezahlung. Ja, was noch ein Tipp von mir ist, ist, dass man mit dem Transponieren einfach arbeitet, ne, dass man, ähm, ja, wenn man beispielsweise kein Virtuose ist an der Tastatur und man möchte jetzt, man kann halt so ein bisschen schwarze Tasten greifen, äh, weiße Tasten greifen, dann spielt man aber halt nur in C-Dur und du möchtest halt mal in einer anderen Tonart spielen, dann würde ich einfach mit Transponieren arbeiten, ne, dass man dann schon direkt beim Einspielen in einer anderen Tonart spielt und du kannst aber trotzdem auf den weißen Tasten spielen. Ich finde das super. Das ist gar nicht schlechte Idee. Ja, finde ich echt cool. Vielen lieben Dank an Sebastian Heinrich für diesen Tipp. Ähm, lass uns doch mal über die Vor- und Nachteile sprechen. Oder nee, lass uns erst mal noch zu den Userfragen kommen. Gibt es Fragen? Ich glaube, von Max habe ich eine gesehen zum Thema Gitarren oder so. Waren diverse Sachen da. Lass uns aber erst auf die Fragen eingehen, Kommentare machen wir am Schluss, weil die passen, glaube ich, zu unserer Diskussion über die Vor- und Nachteile gleich. Genau, machen wir so. Also genau, Frage von bei Max ist, nutzt du als Gitarrist Midi-Gitarren, wenn du was einspielen willst? Ich meine, ich habe jetzt keine Midi-Gitarre. Also es gibt ja da auch, ich weiß nicht, ist es Yamaha oder so? Gibt es von irgendeiner Brand, gibt es auf jeden Fall so eine Midi-Gitarre. Von Roland, genau. Mit so vier Kunststoffseiten, ach, sechs Kunststoffseiten, jeden einzelnen Ton gibt es auf einem Griffbrett. Also sowas nutze ich tatsächlich nicht. Ich habe mich da auch lange davor gezielt, Software-Gitarren zu nutzen, weil ich einfach finde, dass die vom Klang her einfach nicht cool sind. Allerdings das, was Henning und Christoph machen, das finde ich schon echt sehr krass mit den Tools, wie sie arbeiten. Das arbeitet auch sehr aufwendig in der Programmierung. Aber Sessions, Drummer und Vintage-Gitarist oder Sunburst-Gitarist von In Contact, das sind schon echt coole Tools, muss ich sagen. Also die klingen auch wirklich sehr, sehr geil. Was, wofür ich sie da oft nehme, ist halt auch als Ideengeber. Also wenn ich gerade mal keine Gitarre habe und ich möchte einfach nur gerade wissen, okay, wie klingt denn eine Akustik-Gitarre, dann suche ich mir einen Pattern raus, was ungefähr so klingt wie das, was ich mir gerade in meinem Kopf vorstelle und oft liefert mir halt das Pattern, was ich dann ausgespuckt bekomme, nochmal einen ganz anderen Rhythmus, auf den ich vielleicht gar nicht gekommen wäre, den ich dann aber schon sehr, sehr cool finde. Habe ich an Leuten schon erzählt. Ich habe letztens einen Track gemacht, habe ich der Sängerin geschickt, was ich für sie provoziert hatte und sie schrieb dann, oder sie hatte dann gesagt, naja, am Telefon, ja, boah, die Akustik-Gitarre, die ist ja mega cool. Und dann dachte ich so, kacke. Hat sie cool gemacht? Sie fand sich schön. Danke. Und ja, also VST nutze ich eigentlich nicht, aber ja, diese Sachen von Kontakt, die sind schon echt ganz cool, muss ich sagen. Wirklich cool. Dengeber und oft bleiben sie dann halt da doch irgendwie im Arrangement drin. Ja, haben wir noch eine Frage, eine coole Frage bitte. Eine coole Frage, auch schon bei Maxis. Gibt es das Feature nur bei Cubase Pro oder auch schon bei Elements? Ich glaube, teils, teils, also ich kann mir vorstellen, die Akkordpads sind schon relativ früh mit dabei, ob sie bei Elements drin sind, weiß ich nicht, bei Artists sind sie wahrscheinlich definitiv mit drin. Ich weiß nicht, ob sie in vollem Umfang drin sind. Musst mal gucken, bei Steinberg gibt es ja dieses große PDF, oder ich glaube, mittlerweile haben sie das auch wirklich direkt in die Webseite integriert, wo dann die ganzen Funktionen aufgebrochen sind. Ich weiß es leider nicht auswendig. Genau, ja, ich glaube, das war es an Fragen. Ich glaube, vielleicht lehnen Sie mal ein paar Kommentare vor. Ich würde das mal gerade kurz übernehmen. Ja, mach du das mal. Oder lass mal hier einfach starten. Max schreibt, das sind wirklich gute Tools, allerdings finde ich, dass damit auch die Kunst des Modizierens verloren geht. BPtone schreibt, am besten ein Instrument spielen lernen, wenn möglich, braucht halt Zeit und Fleiß. und Max sagt dann, schreibt dann auch noch mal, ich denke, auch ohne eine Band fehlt auch die Gruppenenergie, die nur durch das Zusammenspielen entsteht. Da bin ich auf jeden Fall Team Moses. Ja, auch ich habe mir mal hier die Vor- und Nachteile. Das sind auf jeden Fall alles berechtigte Argumente und Kommentare. Vielen Dank an euch auf jeden Fall an dieser Stelle noch mal. mein Standpunkt dazu ist, dass es einfach jedem die Möglichkeit gibt, der so ein bisschen Gefühl für Harmonien und Musik hat, Musik machen kann. Ich würde einfach noch nicht mal sagen, dass jeder damit Musik machen kann. Also ich glaube schon, dass man ein gewisses Grundverständnis und eine gewisse, ja, dieses Gefühl für Musik schon haben muss. Also, und für mich, ich muss sagen, durch den Umgang mit diesen Tools habe ich auch sehr viel gelernt. Also der Lernfaktor ist dadurch auch für Musiktheorie ist halt eben auch sehr, sehr hoch und vor allen Dingen Max hat ja gesagt oder geschrieben, dass dabei, ich muss mal ganz kurz auf die Kunst des Musizierens geht dabei verloren. Gebe ich dir zum Teil recht, muss ich aber auch zum Teil widersprechen, weil ich schreibe dadurch Songs, auf die ich niemals in meinem Leben gekommen wäre. Also, weil mir einfach ein Arpeggio, wie du schon eben gesagt hast, also ein Arpeggiator oder irgendeine Akkordstruktur, Akkordfolge, die mir das Tool vorgibt, auf die wäre ich vielleicht nie gekommen. Und auch diese Happy Accident, die dann dadurch entstehen, durch diese Tools, können ja auch ein kreatives Werkzeug sein, um am Schluss eben ein sehr gutes, schönes Ergebnis zu bekommen. Du hast dich gebremst, ich habe es gesehen. Ich habe mich noch ganz kurz gebremst. Also, von daher würde ich nicht mal sagen, dass die Kunst des Musizierens verloren geht, wo ich dir dann doch zustimme, ist, beim Arbeiten mit diesen ganzen Tools verliert man sich schon sehr im Programming. Das ist, das ist absolut richtig. Also, deshalb habe ich auch gesagt, hey, ich spiele trotzdem irgendwie als Grundton erstmal eine Gitarre ein, also wirklich eine echte Gitarre und baue dann da drum mit diesen Arrangement Tools was rum oder ich starte halt mit diesen Arrangement Tools und baue dann halt mit der Gitarre nochmal was rum. Oder arbeite mit Samples, die ich vielleicht auch sogar selber aufgenommen habe. Es bietet entweder, kann man es als Grundlage nutzen, als Startpunkt, man kann ja auch später hingehen und das alles nochmal neu arrangieren und auch vielleicht, was ja halt auch cool ist, wenn man später die Möglichkeit hat, das durch Musiker zu ersetzen, es ist halt für die auch ein guter Guide Track. Ja. Und das kann ja auch sehr hilfreich sein und es bietet halt eben ein riesiges Zeitersparnis für alle Producer. Ich glaube, das ist so, das sind so für mich die Vor- und Nachteile von diesen Tools. Stimme ich dir komplett zu, also auch dieses, es ist immer besser ein Instrument zu lernen. Ja, es hilft natürlich ungemein, wenn man ein Instrument spielen kann einfach, aber da ist natürlich auch immer die Frage, wie wird man da rangeführt? Also, spielst du einfach nur ein Instrument oder lernst du auch wirklich die ganzen Hintergründe? Weil in meinem Musikunterricht, war es halt so in meinem Klavierunterricht, ich habe keine Hintergründe gelernt und ich bin auch nie auf die Idee gekommen, dass es da welche gibt oder habe mal danach gefragt, dazu war ich halt einfach zu jung und das ist sicherlich dann auch vom jeweiligen Lehrer abhängig und natürlich auch vom Alter und wie man das als Schüler gerne möchte. Beim Schlagzeugunterricht war es dann eben später so, da interessierte es mich dann, da wusste ich dann auch, dass es das gibt, aber es ist natürlich jetzt auch nicht so der Hauptfokus vom Schlagzeugunterricht, das machst du dann halt, wenn du dann mal ein bisschen an die ganzen Mallet-Instrumente gehst, also irgendwie Marimaphone, Vibraphone, da kann man sowas natürlich gut machen, wenn du am Drumset sitzt, dann ist dir das völlig egal, was du für Akkordfolgen machst, dann geht es um ganz andere Sachen, aber da war es trotzdem mal interessant, sowas zu lernen, also, klar, ich weiß nicht, ob man das immer direkt mit Unterricht in Verbindung bringen kann, klar, je mehr man weiß, je mehr man kann, umso hilfreicher ist es und natürlich in Instrumentspielen hilft, aber es ist nicht unbedingt notwendig, denke ich und ja, es ist schon sehr hilfreich. Ja, natürlich ist es hilfreich, genau, aber du musst es heute nicht mehr können und ich glaube, es ist halt auch sehr, sehr wichtig, dass du einfach trotzdem eine Art von Feeling und eine Art von Musikgeschmack vor allen Dingen auch mitbringst. Ich glaube, wenn du den nicht hast, dann kommst du erst gar nicht weiter, weil, ja, ich weiß auch gar nicht, ob sich das dann in irgendeiner gewissen Art und Weise auf dein Gehör auswirkt, also, so dieses Hören von diese Töne passen zusammen, also, ich meine, klar, ich kann wissen, diese Akkordfolge passt wirklich zusammen, aber gefällt mir die auch, also, möchte ich das wirklich so für meine Musik haben, diesen Geschmack, den muss, glaube ich, jeder auch nochmal entwickeln und ob du dann wirklich ein Instrument selber spielst oder ob du halt einfach mit irgendwelchen Chordpads dir da was zusammen klickst, wenn es am Ende geil klingt, dann klingt es geil. Richtig. Und Max hat auch noch geschrieben, ja, dieses Bandgefühl geht dabei verloren. Ich glaube, wenn man alleine an Tracks schraubt, dann ist das auch so, dass dann vielleicht so ein bisschen Einheitsbrei auch irgendwann entsteht, aber deshalb sind für mich beispielsweise Kooperationen mit anderen Künstlern und Producern total wichtig, dass jeder auch so seinen anderen Vibe eben reinbringt und wenn es dann halt auch nur ein anderes MIDI-Programming ist oder aber die bringen vielleicht irgendwelche anderen Samples, nutzen andere Sample-Instrumente. Ich glaube, da kann man schon auch trotzdem diesen musikalischen Vibe einer Band oder beziehungsweise einer, wie sagt man, einer Kapelle erzielen. Ja, das kann ja auch beispielsweise sein, du bist der totale Killer an den Drums, und aber mit allem anderen Harmonien und Ähnlichem hast du dich nie beschäftigt, aber warum sollte dich das vom Songwriting ausschließen? Du kannst ja dann trotzdem sagen, okay, ich konzentriere mich auf mein Hauptinstrument, aber ich nutze solche Tools, um eben schon mal gewisse Vorschläge für meine Mitmusiker einfach vorzubereiten, um zu gucken, was könnten die denn spielen oder was stelle ich mir gerade in meinem Kopf vor? Genau. Wunderbar, ne? Also, es gibt so viele Möglichkeiten, man muss einfach gucken, wie man sie für sich nutzen kann. Klar. Max schreibt ja jetzt auch noch, bin ich einfach old, vielleicht bin ich einfach oldschool. Ne, ich glaube nicht, ich glaube, das ist schon die richtige Ansatzweise, dass man trotzdem immer versucht, auch nochmal ein richtiges Instrument einfach reinzubringen. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt immer nur dann auf solche Akkordtools zurückgreift. Es ist auch, durch Rumprobieren an der Tastatur entstehen ja auch coole Sachen. Also, das ist, auch wenn man vielleicht nicht so der Getuose ist. Und Instrumentspielen ist ja nicht nur Akkorde und irgendwelche Harmonien oder sowas, sondern da kommst du auch aufs Feeling an. Siehe letzte Woche, also programmierte Instrumente menschlich klingen lassen. Es geht ja darum auch, willst du nicht nur die Akkorde und die Harmonien programmieren, möchtest du auch noch das MIDI-Instrument programmieren? Ja klar, kannst du alles machen, ist auch alles völlig in Ordnung. Oder du kannst es auch einspielen. Geht auch. Genau. Ich hätte ja das Beispiel mit meinem Akkordeon. Ja. Das klangprogrammiert kacke. Da habe ich halt in ein Forum geschrieben, hey, spielt jemand Akkordeon? Ist keiner gemeldet? Habe ich Zeit gelassen? Ja, aber manche Instrumente sind halt auch echt schwer zu programmieren, also je spezieller sie sind. Absolut. Klar, das wird teilweise einfacher, aber nicht immer. Also, wenn jemand Akkordeon spielt, redaktion.sound-und-recording.de Kannst du da einen kölschen Karneval nicht mal irgendwen finden, der da lecker was für dich einspielt. Ah, stimmt, Schätzelein. Ja. Da lecker kölsch. Ja. Okay, ich würde sagen, das Thema war rund, oder? Schließen wir ab. Ja, würde ich sagen. Wir haben alles gesagt, ne? Ich glaube, BP Tone hat noch was vorgeschlagen. Ein Tool, was ihr nicht betrachtet habt, ist Scaler. Hat Key Erkennung, Arpeggios und Strumming und Wide Key zum Spielen sowie Patterns. Punkt, Punkt, Punkt. Also, vielen lieben Dank für den Tipp an dieser Stelle. Werde ich mir noch mal kurz hier notieren, dass ich das auch gleich in den Shownotes nicht vergesse. Genau, und Gerhard Winkel schreibt auch noch, mit dem Cable Guys MIDI Shaper kann man seinem Cubase noch mal LFOs und Envelopes hinzufügen. Passt zwar jetzt nicht zu den Cords, aber die Cable Guys Sachen kann man grundsätzlich empfehlen. Die haben nämlich sehr cooles Modulationszeug und sind auch nicht teuer. Ja. Ja, und Max fragt dann noch, wie ihr in die LinkedIn-Gruppe der Studioszene kommt. Nämlich gibt es jetzt, Soundrecording gibt es auf LinkedIn, eine Unternehmenseite, der ihr gerne folgen könnt, der ihr folgen müsst, genauso wie ihr uns auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts und überall folgen müsst. Und auf LinkedIn gibt es auch die Gruppe Studioszene, die alle Tonschaffenden und Musikschaffenden vernetzen soll. Songwriter, Producer, Engineer, Musiker, alles, alle einfach. Und jetzt taucht hier immer wieder die Frage auf, wie man in diese Studioszene-Gruppe kommt. Es gibt scheinbar irgendwie eine Anfrage, die wir beantworten müssen, aber wir haben noch nicht rausgefunden, wie das funktioniert tatsächlich. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin einfach reingegangen. Ja, ich auch. Also bei mir hat es einfach funktioniert, aber manche haben tatsächlich irgendwie Probleme reinzukommen. Wir arbeiten dran. Okay. Ich weiß nicht, woran es liegt, wirklich nicht. Ich habe es gecheckt. Wir haben nichts eingestellt. Meine Kollegin hat es gecheckt. Bei manchen Leuten funktioniert es, die kommen einfach rein, manche kommen nicht rein. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, aber wir arbeiten dran und hoffe, dass wir nächste Woche euch eine Lösung bieten können. Jo. Jo. Wo wir gerade den Sommer angesprochen hatten, eben am Anfang. Wir veranstalten im Sommer in Südfrankreich einen Workshop mit Moses Schneider. Also einen echten Recording-Workshop vom 9. bis 13. August in Limu im Limusik-Studio, was ich eingangs auch schon erwähnt hatte, mit der Band Lions 4 aus Berlin. Und ja, im Fokus des Workshops steht natürlich die Technik der Aufnahme. Also welche Mikrofonierung, was nutzt Moses während des Recordings. Aber eigentlich viel mehr, was wir zeigen wollen, ist diese Interaktion zwischen Produzent und der Band beziehungsweise den Musikern. Und wie entsteht so ein Song von einer Demo bis zum fertigen Produkt? Also wie, mit welcher Intention werden vielleicht gewisse Elemente in einen Song eingefügt? Also vielleicht eine Strumming-Gitarre, irgendwie eine Effekt-Gitarre links und rechts, keine Ahnung, was die Produktion halt eben braucht, was ihr gut tut. Und dann eben, okay, wie entsteht das von dieser Intention über die Idee bis hin dann eben zum fertigen Track. Das finden wir halt wirklich sehr schön. Danke. Das war euch zu zeigen. Ich habe darauf geachtet. Genau. Und damit ihr auch eine große Bandbreite an Learnings mitnehmen könnt, werden wir Songs in unterschiedlichen Tempi, in unterschiedlichen Genres, im unterschiedlichen Style, in unterschiedlichen Instrumentierungen eben aufnehmen. Und vor allem das sehr, sehr ultimativ Unfassbare an diesem Studio ist, dass es die Möglichkeit gibt, in einer alten Orangerie aufzunehmen, in einer alten Scheune. Es gibt noch weitere, andere Räumlichkeiten, die wirklich sehr besonders sind, um dort aufzunehmen. Und natürlich gibt es auch das klassische Studio, wo wir auch aufnehmen werden. Man kann aber auch Outdoor-Recordings machen. Die haben einen alten Pool, wo man aufnehmen kann. Also das wird auch wirklich, da wird sehr, sehr viel rumprobiert auch. Und ihr habt die Möglichkeit, dann eben dabei zu sein, an welchen Kriterien Moses den richtigen Sound auswählt, das richtige Mikrofon und die richtige Position und was er macht, um eben diesen Recording-Vibe zu generieren. Und das alles halt in Südfrankreich auf einem ehemaligen Weingut mit Pool. Ist noch Wein da? Toller eingerichtet. Es gibt alkoholische Getränke, ja. Sehr gut. Und ja, es ist auch all-inclusive. Also fünf Tage Recording-Workshop. Hinzu kommen Anreise- und Abreisetag. Südfrankreich ist schon relativ weit, aber ihr habt wirklich auch komplett Verpflegung. Also es ist, ihr kriegt ein Frühstück, ihr kriegt ein Mittagessen oder Mittagssnack und ihr kriegt ein Abendessen. Man kann auch immer auf dem Gelände, da gibt es eine Outdoor-Küche, kann man abends gemeinsam abhängen, nochmal ein Bierchen trinken oder ein Weinchen und ja, also ich freue mich da wirklich sehr, sehr drauf. Das Ganze natürlich findet unter Corona Hygienemaßnahmen durch Corona eben statt. Es wird regelmäßig getestet. Wir müssen alle das Anwesen während dieser Zeit gar nicht verlassen. Es gibt nur einen, der das Anwesen immer verlässt und wiederkommt, das ist der Koch, der halt dann Essen besorgen muss und einkaufen gehen muss, aber auch der muss sich dann halt regelmäßig testen. Und deshalb sind wir da sehr optimistisch, dass wir das umsetzen können und alle weiteren Infos dazu findet ihr auf soundandrecording.de slash live studio sessions oder ihr geht einfach auf soundrecording.de der Beitrag ist direkt auf der Startseite. Der Preis ist 1799 Euro, aber wie gesagt fünf Tage Recording Workshop mit Moses Schneider in Südfrankreich. All inclusive all inclusive in einer super geilen Location und ja, also es gibt Workshops, für die man das gleiche bezahlt, die irgendwie zwei Tage in Berlin stattfinden oder drei vielleicht maximal und die Anreise ist nicht im Preis enthalten, aber wir werden alle Teilnehmer vernetzen, sodass Mitfahrgelegenheiten möglich sind und ich habe auch in den, in der Beschreibung steht auch, wie ihr hinkommt. Also es ist das kann man mal machen, oder? Das kann man mal machen. Es ist ja wie Urlaub. Ja, das ist wie Urlaub. Es gibt insgesamt 15 Plätze, also ran an die Buletten, ran an den Wallen. Gibt es Studentenrabatt? Ne, können wir uns nicht leisten. Gibt es Mitarbeiterrabatt? Ne. Für dich nicht. Für dich nicht. Ja, das Problem ist, dass jeder, dem ich davon erzähle, möchte natürlich gerne mitkommen und es gibt halt nur 15 Plätze. Es gibt ein kleiner Hinweis vielleicht, es gibt, wir bringen alle unter den Doppelzimmern unter, weil es halt eben dann der Fall ist, dass wir nicht alle, dass keiner das anwesend verlassen muss. Alle, die ein Einzelzimmer haben möchten, müssen sich dann halt leider gegen einen kleinen Aufpreis dann ein Einzelzimmer vor Ort in der Location, in der Umgebung nehmen, aber die müssen dann halt leider auch jedes Mal aufwendig sich testen. Das ist, genau. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig. Wie gesagt, weitere Infos findet ihr auf unserer Website. Ich habe an dich eine Typfrage. Ja, schieße los. Winamp oder Windows Media Player? Winamp, ganz klar. Also heute nicht mehr und zum Glück gibt es auch den Windows Media Player nicht mehr, aber damals andeutig Winamp. Ich habe immer Music Match Jukebox genutzt. Ich war immer so derjenige, ich muss immer alles anders machen als alle anderen. Aber es gab, glaube ich, in Winamp dieses Feature mit dem Online Radio. Du konntest dann praktisch deine eigene Online Radio Sendung hosten. Das fand ich sehr witzig. ja, ich meine, Winamp war ja am Anfang so eigentlich das Standard-Tool, um überhaupt mal MP3s wiedergeben zu können. Hatte eine gute Performance, konntest du skinnen, wo man direkt schon voll individuell war. Dieses Playlist-Feature, was dann am Anfang drin war und ja, irgendwie ist man dann dabei geblieben. Irgendwie auf der Version, was war das, 2.74 oder 7.8 oder sowas. Ich glaube, es gab mal Winamp 3 irgendwann, aber nee. Als dann iTunes für Windows kam, habe ich das genommen, weil einfach schöne viele Funktionen drin, aber nee, Winamp. Windows Media Player höchstens, um mal ein Video wiederzugeben. Okay, Geständnis. Gibt es ein Tool, was du nutzt, wo du dann denkst, oh, wenn das mal jemand rausfindet. Ich weiß, dass es sowas gibt, was du sowas hast. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, es muss mir auf die Sprünge helfen. Mir fällt gerade keins ein. Im Preamp ist es, glaube ich, oder? Aber ich glaube, das hast du schon, hast du das schon mal gesagt? Aber du hast, damals hast du irgendwann zu mir gesagt, war das nicht dieser, nutzt du nicht einen Preamp? Ich nutze diverse Preamps, aber sag mal, was du meinst. Mir fällt gerade der Name nicht ein. DP, ne. Meinst du den DBX, oder? DBX, genau. Ne, da ist mir nicht peinlich. Wieso? Der DBX ist super. Also du meinst den DBX 286S, das ist momentan so ein, ich glaube, so einer der Standard-Channel-Strips, den auch irgendwie sämtliche Streamer benutzen und für seine 150, 160 Euro, die der kostet, ist das ein Wahnsinnsteil. Okay. Also das, was du meinst, ist wahrscheinlich, warum ich den aktuell benutze und nicht mal einen Frontliner, der da drunter hängt und auch wieder 10-Facher von dem Ding kostet oder sowas. Das liegt daran, weil in dem Frontliner ist der DS ja dran kaputt und den brauche ich, weil ansonsten, ich meine, meine S sind sowieso schon sehr ausgeprägt und die fliegen euch dann komplett um die Ohren. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt irgendwie doch mal ein Software-Routing hier hinter machen, aber für den Livestream haue ich mir dann eine Latenz rein und da habe ich keine Lust drauf. Okay. Ne, aber den DBX, also jeder, der gerade einen Channel-Strip für wenig Geld sucht, DBX 286S, super Teil. Okay. Wie ist es denn bei dir? Ich habe mich heute schon genug geoutet, glaube ich, mit den ganzen Accord-Tools, oder? Aber was mir die Woche untergekommen ist, ich war zum Gast im Podcast Live After SAE, wie sie selber sagen. Live After SAE, geiler Name. Geil, ne? Und super Jungs, auf jeden Fall, viele liebe Grüße an dieser Stelle. Ausgabe kommt irgendwann demnächst raus, verlinke ich dann. Und die haben sich witzig gemacht über OTT-Plugins. Bei einer, der Kurt, der nutzt OTT-Plugins. Und ich wusste, ich habe einfach mal mitgelacht. Aber ich wusste überhaupt gar nicht, was es ist. Erklär mal. Oder weißt du es mittlerweile? Ne, wir haben kurz gegoogelt, aber so wirklich rausgefunden habe ich es nicht. Also jetzt, auf die Gefallen, dass ich mich selber in die Nassen entsetze. Du meinst, dass dieses OTT-Ding aus, ich glaube, es war ursprünglich ein Preset in Ableton. Okay. Ein Preset für den Mulliband-Kompressor, glaube ich. Irgendwie sowas. Und daraus entstanden wiederum ist, ich google das gerade nochmal parallel selber, das OTT-Plugin von derselben Firma, die auch den Serum macht. Wir unterbrechen die Denkpause. Ich weiß es nicht mehr. Ne, ich weiß es nicht mehr. Genau. Und ja, es geht einfach nur darum, das ist ein Tool, ein Mulliband-Kompressor, der alles platt macht, richtig platt macht und gleichzeitig wie so eine Art Lautness-Effekt da reinbringt. Also der macht laut und platt und schön und ja, klingt sehr speziell. Ist halt gerade im Dance-Musik-Bereich sehr verbreitet gewesen oder ist immer noch verbreitet. Und gibt wahrscheinlich mittlerweile auch diverse andere, die dem folgen. Also ich meine, ich hätte glaube ich, ich meine sogar in den neuen Pigments 3, da ist ja jetzt auch ein Mulliband-Kompressor mit drin. Ich meine, da wäre sogar so eine Art OTT-Preset mit dabei gewesen. Kann ich mich aber auch vertun. Okay, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass es, dass es, Jess, du sagst gerade Exfer, ja, danke dir, genau, so heißt die Forma. Okay, was haben wir noch? Den Leserbrief. Ich habe mir am Sonntag eine WhatsApp gekriegt. Ey Marc, es ist kriminell, wie wenn ich YouTube aufgerufen habe. Ich sage es da schön. Danke schön. Sonntags morgens beim Frühstück meiner Frau und meiner Tochter habe ich mir gerade französisches, französisches Croissant mit dem Teller reingezogen. Einem Milchkaffee, ein leckerer. Mmh, Chérie. Poppt eine Worte. Fahrt und wir nach Südfrankreich zu Möses Schneider? Ich bin sehr Frankophil. Ja, kam vom lieben, netten Andreas, viele liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, Leute, folgt uns, hört uns, schaut uns, teilt uns an dieser Stelle, damit wir da ein bisschen mehr Aufrufe auf YouTube haben mit den Podcast-Zahlen, also über die Podcatcher. Da sind wir sehr, sehr zufrieden. Vielen lieben Dank an euch und nochmal für eure Treue. Ja, danke schön. Dafür, dass ihr euch den Soundrecording unter zwei Stunden Talk anhört, antut, wollte ich schon fast sagen. Kommt wahrscheinlich aufs Gleiche raus, aber die Durchhördauer ist schon echt sehr krass. Also es gibt 70 Prozent hören sich unser Gelaber bis zum Schluss an und das ist wirklich sehr bemerkenswert. Ihr habt auf jeden Fall Ausdauer und vielen lieben Dank dafür, aber es macht uns auch wirklich sehr, sehr viel Spaß, deshalb reden wir ja auch immer nur so viel. Deshalb reden wir auch so viel. Ja, der liebe Max sagt ja auch nochmal, hier übrigens noch meine Rückmeldung zu eurer Frage von vor zwei Wochen, ob ihr zu viel abseits der Themen redet. Ich finde eure Technik, Nicht-Technik, Balance sehr angenehm. Danke dir. Ja, vielen lieben Dank, Max. Du kommst jetzt auch in die Studios-Tähne-Gruppe. Ach, Manfli wollte ich jetzt schon sagen. Nee, das ist ja das Thema, aber Offline-Modus. Eigentlich ist es gar nicht wirklich Offline-Modus, aber der eine oder andere, du hast ja eben schon die nervige Werbung erwähnt, es gibt noch eine andere Werbung, die gerade sehr oft aufpoppt, das ist die Manfli-Werbung, einer neuen Plattform, die Masterclasses anbietet und unter anderem gibt es dort gerade eine Masterclass mit Ryan Tedder, also dem Sänger von OneRepublic, der auch Jason Ross produziert, Taylor Swift, der Sachen für Adele produziert hat und auch Justin Bieber. Und ich habe mich dafür angemeldet. ich habe die 280 Euro in die Hand genommen und habe gedacht, weil 280 Dollar, das machst du jetzt. Und das ist geil bisher. Es ist geil. Es ist super geil. Es macht wirklich total viel Spaß. Es werden drei unterschiedliche Songs in unterschiedlichen Genres produziert, unterschiedlichem Style, unterschiedlichen Arrangements innerhalb von 30 Tagen. Und das ist echt, in zehn Tagen geht man halt einen Track an, jeweils. also am Ende sind dann mal drei, sind 30 Tage. Und was ich wirklich sehr beeindruckend finde, ist, dass Ryan Tedder sich da wirklich hinsetzt. Von Anfang an. Also es ist wirklich so, er erklärt erstmal, wie er vorgeht, wo er sich Inspiration hernimmt. Da geht es auch viel um Akkordfolgen und um Akkorde. Unter anderem auch um das Nashville Namensystem, was ich wirklich sehr, sehr interessant finde. Kannst du das nochmal genau? Kannst du nochmal kurz erklären? Das ist praktisch eine Akkordfolge. Also du hast praktisch eine Skala, also ich sage jetzt mal D-Dur und du willst jetzt eine Akkordfolge machen, A Major, D Major, A Major, dann ist es glaube ich B Moll und dann ist es nochmal G Major, also G und dann ist die Akkordfolge aber halt 1, 5, 6, 4. Also das heißt, vom D aus ist das A 5 Halbtöne entfernt, von dem D ist das A 6, ne das B 6 Halbtöne entfernt und das G ist vom D 4 Halbtöne entfernt und das ist halt so oder 4 Noten praktisch, ne und das sind dann so Akkordfolgen, in denen das National Number System eben angefert wird. Also die sagen dann einfach nur, okay, es ist jetzt D und dann hast du halt 1, 5, 6, 4. Da wird es dann richtig mathematisch, ne? Ne, ich finde das total geil. Ach, okay. Also ich finde das überhaupt gar nicht mathematisch. Ich finde das einfach, ja, okay, cool, dann suchst du die Skala, okay, der fünfte Ton ist das. Du hast halt nicht irgendwelche komischen Akkorde da stehen und das finde ich eigentlich, ich finde es super. Also ich konnte mich da wirklich sehr, sehr gut mit zurechtfinden, er hat dann auch welche genannt, die halt für die Popmusik gut geeignet sind oder die halt auch für das menschliche Ohr eben sehr sich angenehm anhören. Hast du dieses Number-System denn in irgendeinem von den Chord-Tools zufällig manteren gesehen? Ne, weil im Prinzip geht es ja da um die Akkord-Progression, nicht um die Erstellung der Akkord-Tools. Also es geht ja, das ist ja dann die Akkord-Abfolge. Genau. Du hast jetzt einen Chorus mit D, A, B, G. Ja, aber da schließt das ja nicht aus. Also du hast ja auch oft Akkord-Progressionen da in den Tools mit dran. Aber habe ich jetzt so tatsächlich noch nicht? Okay. Genau, und ich habe jetzt von der Pike an produziert halt wirklich einen Song und das ist echt sehr, sehr cool. Also es macht super viel Spaß. Tatsächlich bin da total im Wahn und habe jetzt einen Track produziert mit einer sehr atmosphärischen Gitarre mit Reverb, wo ich dann den Step-Effekt von Logic einsetze. Das ist ein Tool, was ich in letzter Zeit sehr, sehr oft verwende. Damit konnte ich das so ein bisschen verfremden. bin dann halt auch bei mir am Bau rumgerannt und habe dann gegen Stixi-Clo geklopft, was ich dann als Layer benutzt habe für eine Kick. War es jemand drauf? Für eine 808. Ich habe das tatsächlich erst mal geguckt, ob jemand drauf sitzt. Aber war offen, also war keiner drauf. Und habe mit einem Stick an einem Bambuszaun entlang gekratzt. Das habe ich dann als Hi-Hat eingesetzt. Und ich habe mich von Dom Rivinius inspirieren lassen und auch diesen Trick gemacht mit dem Deo-Spray. Das fand ich auch super cool, das dann so ein als Hi-Hat nochmal aufzunehmen. Und ja, wie es dann auch weiterging über die Art von Melodien, die er nutzt. Er sitzt dann halt auch wirklich da und überlegt sich Melodien. Also überlegt dann und summt irgendwelchen Gabbage oder Gabbage oder Kauderwelsch, singt dann irgendwelche Melodien und es hört sich einfach alles geil an. Das ist ziemlich inspirierend und beeindruckend und man kriegt dann auch immer Aufgaben. Man muss dann selber einen Track produzieren, den lädt man da hoch. Es gibt eine Class, also eine Peer Group. Das heißt, mit dir starten noch weitere andere Teilnehmer. Also wirklich wie Unterricht. Genau, man kann sich dann halt auch untereinander austauschen. Das ist super cool. Also jeder lädt seine Soundstar hoch oder seine Tracks, die er produziert hat und alle geben halt Kommentare ab und bewerten das oder geben Inspiration. Und das finde ich echt, das macht echt total viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Also die, ich finde es, vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich es eigentlich total krass. Also finde ich es fast schon zu wenig, wenn ich ganz ehrlich bin, weil da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich halt, was vielleicht ein bisschen uncool ist, ist, dass die Videos halt vorproduziert sind. Also es ist jetzt nicht so, dass man halt mit ihm sich direkt austauschen kann und interagieren kann. Aber er macht das trotzdem so sympathisch und professionell und detailliert, dass man da wirklich gar nicht das Gefühl hat, dass er so weit weg ist. Also weil er sitzt da in seinem Tonstudio, blickt in die Kamera und man hört auch mal, dass er sich vielleicht mal Kohl versinkt oder so oder irgendwie verspielt auf der Gitarre oder und das ist so authentisch und das ist echt sehr begeisternd. Also ich bin da total begeistert. Also ich mag auch One Republic tatsächlich. Ich fand, hab die auch früher immer gesungen im Gesangsunterricht. Von daher ist das jetzt auch irgendwie so, man lernt von seinem Vorbild direkt. Also das, was wir eigentlich mit der Studioszene machen am 9. und 10. September in Mannheim ist vielleicht ein ganz guter Übergang. Was für ein Übergang. Alter Schwede. Das ist eine Eins, oder? Würde ich mal sagen. Ja, aber wie gesagt, guckt euch das mal an. Monthly, ich werde hier wöchentlich berichten. Ich hab jetzt einen Track so weit zusammengebastelt. Es ist jetzt so, dass er will, dass man über diesen Track dann halt irgendwelches Kauderwild drüber singt in irgendwelchen Noten. Also das heißt, das find ich eigentlich super geil, weil ich oft einen Text schreibe und dann versuche ich diesen Text auf den Track zu pressen. und eine Melodie drauf zu schreiben. Und weil ich immer den Ansatz habe, grundsätzlich schreibe ich ein bisschen viel Text tatsächlich und dann probiere ich das halt alles so zu quetschen, wie eben schon gesagt. Und er sagt aber, nee, fang doch gar nicht mit einem fertigen Text an, sondern mach einfach na, 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 na oder was weiß ich oder hau irgendeinen Kauderwild raus. Und so kreierst du halt Melodien unabhängig vom Text. Der nächste Schritt ist dann halt, okay, man schreibt jetzt einen Text, da gibt er halt auch Anhaltspunkte, so weit bin ich jetzt noch nicht und danach geht's halt ans Produzieren der Vocals und dann geht's ans Mixing tatsächlich schon. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, ich nehme da sehr, sehr viel mit und ich versuche euch da mal auf dem Laufen zu halten, wie es da bei mir aussieht. Ja, ist ja geil. Also du hast ja jetzt eine ziemlich lange Lobeshymne drauf gehalten. Ja, und es ist halt, deshalb habe ich ja eben auch schon gesagt, so nutze ich dann, du hast mich ja gefragt, nutze ich die Tools & Logic, ne, und der nutzt dann natürlich die Sachen von Soundtoys, von Universal Audio, den Oxford, ne. Das sind natürlich, das sind tatsächlich die Sachen jetzt, also von Soundtoys, die Sachen habe ich leider nicht, aber von Universal Audio die Sachen habe ich und, ähm, aber man muss halt nicht immer dann den Alterboy benutzen, äh, den, doch, den Little Alterboy oder, ähm, das CLA, also, äh, Chryslot LG Vocal Plugin, auch wenn ich es nicht gekauft habe. Ja gut, das, bei Waves gibt es ja irgendwie permanent alles im Angebot, von daher, äh, das kann man nicht nochmal gönnen. Ja, ich glaube, aktuell kaufst du drei Plugins, oder ne, ich glaube, im Moment kosten alle Plugins gefühlt 29 Dollar. Wahrscheinlich, ja. Und wenn du mehr als 50 Dollar ausgibst, dann kriegst du dann drittes umsonst, oder? Ja, UVP ist irgendwie 700 Dollar, aber jetzt gerade für 29. Genau. So in der Art. Jo. Ja, Michael Kunzmann fragt schon nach, dass er gespannt ist von meinem Fazit, also wie gesagt, mittlerweile, im Moment bin ich sehr, sehr beeindruckt und begeistert. Äh, ich hatte auch dann so ein bisschen die Angst, dass ich es nicht schaffe, weil ich ja nebenbei auch noch einen Job habe und eine Familie und Hausbau und so noch nebenbei ansteht. aber es lief jetzt tatsächlich, die ersten drei Tage oder vier Tage waren schon relativ knackig, also es kommt immer ein Tag Lesson, ein Tag Aufgabe, ein Tag Lesson, ein Tag Aufgabe und jetzt ist der, bis zum nächsten Mal hat man jetzt irgendwie drei oder vier Tage Zeit, die Aufgabe zu erfüllen und dann gibt es erst wieder eine Lesson und das finde ich echt ganz cool, also weil so Lyrik schreiben machst du halt nicht mal an einem Tag unbedingt so oder eine Melodie schreiben, da fährt man dann ein bisschen mehr Zeit, das finde ich auch und ich habe auch das Gefühl, dass das Wochenende berücksichtigt wurde und das finde ich echt ganz cool, also es ist vom Internet her. Ich muss dich jetzt mal unterbrechen, fürs nächste Mal bringe ich ein Counterweight und dann zähle ich mal deine Cools, also beim, wenn du nicht enthusiastisch im Thema bist, dann kommen wahrscheinlich ein bisschen wenige, aber wir sind jetzt locker bei 60 oder 70 und irgendwas musst du ins Phrasenschmein reinschmeißen, das geht so nicht. Okay. Ja, ich würde sagen, machen wir auch einen Haken dran, ich habe jetzt auch gesagt, ich habe jetzt eigentlich hier Valhalla Vintage Verb als Workflow der Woche stehen, aber ich nehme den CLA. Okay. Der ist auch echt nice, also allgemein die CLA Sachen sind schon fein. Ja und da kann ich eigentlich auch schon direkt zu meinem Kennt ihr das noch kommen, weil kennt ihr diese intrinsische Motivation, die man hat? Wenn man so diesen Drang hat, eigentlich nichts mehr anderes zu machen, als Musik zu produzieren, ist das eigentlich schon fast wie so eine Sucht. Ja. Hier muss man kurz noch was checken, hier mal kurz, ach komm, lass mal mal kurz probieren, hier noch eine Effektgitarre kurz reinprobieren, mal kurz nach dem Frühstück sagen, ich penne jetzt mal die Gitarre nicht hart links und hart rechts, sondern nur auf 50% links rechts, penne dann dafür die Effektgitarre aber komplett links, mach die Hi-Hat vielleicht mal links, hör mir mal an, wie sie rechts ist, mal eben so kurz davor noch, so kurz morgens vorm Kindergarten, man kommt dann halt eine Viertelstunde zu spät zum Kindergarten, weil man nochmal, Tochter verpasst dann halt den Morgenkreis. Macht auch nichts. Aber kennst du das, kennst du diese intrinsische Motivation und wie gehst du damit um? Ja, das ist, ich weiß nicht, wie ich damit umgehe, ehrlich gesagt, das ist noch schlimmer, wenn du die blöde DAW nämlich offen hast und musst beispielsweise gerade für einen Kunden einen Bug fixen, das heißt, du hast dann, du hast deinen Kontakt offen, dein Scripting vor dir, du hast dann irgendwelche MIDI-Files, die dann auf eine bestimmte Art und Weise was triggern und dann musst du gucken, okay, warum passiert jetzt gerade dieser Bug? Und dann bist du natürlich schon in deiner DAW und denkst dir, da war doch noch gerade irgendwie diese Melodie oder du wolltest doch noch irgendwie das und das machen und dann muss ich mich dermaß zusammenreißen, dass ich nicht mal ganz kurz speichere, den Song öffne, da irgendwas rumfummele und wieder zurückgehe, weil du bist ja eh schon in diesem Arbeitsumfeld drin und das ist nicht immer einfach und ab und zu gönne ich mir dann auch mal kurz fünf Minuten, rüber zu springen, aber nee, da muss man sich zusammenreißen, weil dann bleibst du auch dabei. Ja, ich mache mir Notizen, so was, wer sich noch ausprobieren will oder so, das mache ich dann. Das ist halt die Gefahr, wenn man das Hobby zum Beruf macht. Total. Ja, bei mir ist es ja eigentlich nicht so ganz so. Aber eins vielleicht noch zum Mann fliegen, Ryan Tedder, der, weil gestern saß ich da die ganze Zeit und hat mir halt Gedanken über meine Gesangsmelodie gemacht, er versucht halt für jeden Gesangspart anders zu beginnen. Also, dass praktisch der Refrain vielleicht auf der Eins beginnt, die Strophe auf der Eins und und der Pre-Chorus vielleicht sogar auf der Zwei. Also, er versucht, dass in der Gesangsarrangement nie ein Part, nicht jeder Part auf der gleichen, im gleichen Takt praktisch beginnt oder auf dem gleichen Beat. Das finde ich, das fand ich ein super Tool. Das ist eigentlich total logisch, dass man das mal ausprobiert, aber ich habe das nie gemacht. Das sind so kleine, so Kleinigkeiten, die man dann so, naja gut, aber das abschließend, genau. Biomax S schreibt, Max, lass mal kurz fünf Stunden was probieren. Genau. So, möchtest du ganz kurz, wir sind schon bei 1.35, möchtest du ganz kurz die News machen? Ich mache ganz kurz die News, leitet auch direkt kurz mit dieser Frage von Protor ein, Decapitator vs. Saturn 2, beide. Sind beide geil. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, war ich nicht... Vocal Transformer von Logic. Was? Vocal Transformer? Wir sind gerade bei Verzerrung und Sättigung. Ach Quatsch, Decapitator, sorry, ich war schon wieder bei meinem little alter Boy. Ja, Decapitator ist ja eigentlich so der Verzerrungsklassiker. Saturn 2 ist deutlich flexibler, vor allen Dingen mit den ganzen Modulationsmöglichkeiten da drin. Ja, beide. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich das Saturn, aber... So, aber jetzt, ihr habt News. News, zack, zack, okay, so, lass mich mal in die Aufzeichnungen gucken. Tipp, was noch ist von RME? Das UCX2 kommt, 5S UCX2, sie haben echt lange damit gewartet, weil irgendwie das das UFX ist ja schon zweimal aktualisiert worden. Es gab das UFX Plus und es gab das UFX 2. Das ist aber, glaube ich, auch schon mindestens zwei Jahre her. und jetzt endlich mal Nachfolger vom UCX im neuen Design und ja, wer die UCX noch nicht kennt, das sind diese Interfaces, die haben nur halbe Rackbreite, sind sehr, sehr transportabel und ja, es hat sich nicht super viel offensichtliches im Vergleich zum Vorgänger geändert. Also klar, innen drin ist alles größer, schöner, besser, Wandler ausgetauscht. Sie haben jetzt diese neue Steady Clock, die hat noch irgendwelche Buchstabenkombinationen dahinter, FS oder sowas, glaube ich. Ja, Steady Clock, FS drin. Steady Clock bei RME, das ist eine Technik, die sorgt dafür, dass das Clocking-Signal, was reingeht, aufbereitet wird und aufgehübscht wird. Also du kannst da mit einer sehr miesen Clock reingehen und das wandelt dir das Ganze dann um in eine sehr saubere Clock, womit du dann andere Geräte deutlich besser clocken kannst. Das Interface hat, wie viele sind das? Ich glaube, acht Analog-Eingänge, wovon zwei als Kombibuchsen ausgeführt sind mit XLR. Dann gibt es ADAT einen Ausgang, SPDF einen Ausgang und neu AES-EBU einen Ausgang. Das hatte vorher nur das UFX. Dafür musste allerdings eine MIDI-Schnittstelle rausfallen. Das hatte nämlich vorher zwei MIDI-Schnittstellen. Jetzt gibt es halt nur noch eine. Finde ich aber verschmerzbar. Also es hat MIDI, von daher alles gut. Was haben sie noch geändert? Ja, es heißt vom Namen zwar einfach noch Fireface, aber es hat keinen Firewire-Anschluss mehr. Gut, Firewire ist tot. Es hat nur noch USB. Interessanterweise noch USB 2, weil die ganzen UFX, die haben mittlerweile USB 3, aber USB 2 reicht für die Kanalanzahl hier noch. Muss man sich ehrlich gesagt bei RME aber auch keine Sorgen drum machen, weil die USB-Anbindung ist absolut knackig bei denen. Also ich habe bei mir jetzt hier das UFX 1 und auch das UCX 1 zusammen bei USB dran hängen und die laufen wunderbar zusammen. Was sie jetzt neu eingebaut haben noch, das ist eine Funktion, die hatte vorher nur das UFX und die ist jetzt hier auch drin, das ist die DURAC-Funktion und zwar das ist eine Möglichkeit, du steckst einfach ein USB-Speichermedium, also sei es ein Stick oder eine Festplatte, direkt an das Interface dran und kannst darauf aufzeichnen. Und das funktioniert entweder über die TotalMixFX-Software, das ist also die ganze interne Steuerzentrale bei RME, wo du halt die ganzen Routings und sowas herstellst, oder das Interface ist komplett Standalone nutzbar. Du brauchst keinen Rechner dafür, du kannst es Standalone als Mixer benutzen, als Wandler, als keine Ahnung was alles oder eben jetzt auch als Recorder und du kannst dann sagen, okay, ich zeichne beliebige Eingänge oder auch irgendwelche Loopbacks, also irgendwelche Mixdowns auf und schreibe die direkt auf ein USB-Medium drauf und nutze ich zum Beispiel hier auch beim Podcast. Also ich habe die DURAC-Funktion, also ich nehme hier mich selber in WaveLab auf und ich lasse die DURAC-Funktion am Interface immer nochmal mitlaufen, weil es könnte ja sein, dass WaveLab mal abschmiert und dass das Interface abschmiert, ist ziemlich unwahrscheinlich. Dann habe ich immer nochmal eine Havarie-Möglichkeit. Was haben wir sonst noch Neues? Wenn das jetzt deine Interpretation von kurz ist. Ja, bei RME kann man auch mal ein bisschen länger darüber erzählen. Hast du den Preis genannt? Preis habe ich noch nicht genannt, wir sind bei ungefähr 1300 Euro rum. Ja, ist glaube ich ein klein bisschen teurer als das alte. Ich meine, das alte lag glaube ich bei 1100 Euro. Aber ist seinen Preis auf jeden Fall wert. Du kannst auch die alte Fernbedienung nicht mehr anschließen, fällt mir da ein. RME hatte vorher noch eine alte Fernbedienung, die in so einem bläuliche, in so einem dicken Metallgehäuse. Die konntest du früher direkt an die Interfaces hängen. Sie haben jetzt vor einiger Zeit eine Nachfolge gemacht, der komplett über USB funktioniert. Den hängst einfach nur noch an den Rechner. Ja, aber die hat dafür mehr Funktionen. Ich fand die alte Fernbedienung ehrlich gesagt ein bisschen schöner verarbeitet, aber auch die neue ist wunderbar und die Funktionalität spricht für sich. Runde Sache, tolles Teil. So, soll ich weitermachen? Weiter, klar. Ein neues Synthesizer aus dem Hause Black Corporation, den Namen finde ich schon geil. Also entweder ist das irgendwie, das klingt wie eine Mafia-Organisation oder ein Wertpapierhändler. Hängt auch manchmal zusammen, aber nicht immer. Ich weiß nicht, wie man das Teil ausspricht. Isenen, Eisenhain, keine Ahnung, ein Jupiter-8-Klon. Eisenhain vielleicht, ja. Keine Ahnung. Also Black Corporation kennt man als Hersteller von sehr, sehr edlen Nachbauten von alten Synthesizers. Man kennt den, wie hießen sie denn? Kijimi, glaube ich, hieß er. Und der andere war der Xerxes. Stimmt, ja. Den hatten wir im Test. Ja. Und das sind auch so Geräte, die mehrere tausend Euro kosten. Da der, der, ich glaube, was war es, der Kijimi war das der CS-18-Nachbau oder war das der Xerxes? Ich weiß es nicht mehr genau. Ne, ich glaube, ach ne, ne, der Deckert Stream, den gab es auch noch. Genau, das war der CS-18-Nachbau. So. So. Jetzt sind wir auch für Deckert Stream, kommen wir zum Blade Runner und dann auch zum CS-80. Ja. Jupiter-8-Nachbau. Und das soll halt eigentlich ziemlich exakt der Nachbau sein. Sieht auch optisch so aus. Wenn Roland keinen Bock hat, das Ding eins zu eins nachzubauen, die bringen zwar permanent irgendwelche Jupiters raus, aber es sind dann halt immer, ja, entweder Emulationen im System-8 drin, eine andere Emulation mit der Zencore-Technik im Jupiter-X. Dann hatten sie ja vor einigen Jahren nochmal einen Jupiter, aber den analogen Jupiter, den bauen sie nicht. Dann macht das halt jetzt die Black Corporation nicht als großes Keyboard-Schlachtschiff, sondern als Pult-Gehäuse. Aber bei denen weiß man, dass es sehr aufwendig und sehr gut wird und auch sehr teuer. So, jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Okay. Ja, so wie ich das richtig verstanden, wenn ich das richtig verstanden habe, hat Apple eine neue Keynote angekündigt, ne, für den 7. Juni. was heißt denn dieses WWDC-21? Weißt du, wofür das steht? Ich glaube, Worldwide Developer Conference oder so. Das kann es dann auf jeden Fall im Rahmen. Wird vermutet, dass Apple endlich zwei neue MacBooks Pros vorstellt, nämlich einmal 14 Zoll und einmal 16 Zoll mit dem verbesserten M1-Chip beziehungsweise dann dem neuen MI-Chip, äh, M2-Chip, genau, es gibt ein Mini-LED-Display, es heißt, der HDMI-Pod kommt zurück, der SE-Karten-Slot kommt zurück, es gibt wieder ein magnetisches Power-Kabel, ich würde mir viel lieber magnetische oder bessere USB-C, magnetischere USB-C-Kabel wünschen oder einen magnetischen USB-Slot, weil hier ständig die ganzen Adapter irgendwie rausfliegen mit externen Festplatten, es ist einfach zum Verzweifeln, eine habe ich neulich geschrottet, muss jetzt gucken, wie ich die wieder herrschte und genau, die Touchbar wird wahrscheinlich wegfallen und es wird wieder diese physikalischen FN-Tasten geben, bin ich jetzt, also ich habe die Touchbar nie verwendet, wenn ich ganz ehrlich bin, macht mir jetzt auch nichts aus, finde ich super. Das ist echt lustig, sie gehen ziemlich back to the roots, ne? Ja, total, wobei das mit dem Power fand ich eigentlich ganz cool, dass das über USB-C war, weil du es halt überall anschließen konntest, ne? Wenn mal die Steckdose irgendwie links von dir war, konntest du es halt links anschließen, wenn es rechts von dir war, hast du halt rechts angeschlossen, ne? Es ist nur, es ist wirklich ein kleines Feature, aber wenn das, das mitgelieferte Kabel, das ist halt oft, ist halt auch echt kurz und von daher fand ich das ein super Feature und ja, ich habe extra einen Expander drauf, weil sonst würdet ihr hören, wieso ich ein neues MacBook brauche. Also ich habe das Gefühl hier, weil ich jetzt die ganzen Audio-Kram, den ganzen Grafik-Kram hier dran habe, dass das irgendwie verzweifelt und dann auch bei der Hitze hier unterm Dach kommt das nicht mehr so klar. Also auch wenn ich Musik produziere gerade und ich habe Außerung drauf, boah, geht gar nichts. Also es geht, es läuft dann noch, aber der Lüfter läuft halt auch. Mhm. Macht Spaß dann. Genau. Ja, jetzt haben wir schon wieder ohne Gast eine Stunde 45 gequatscht und wir hatten nicht mal einen Gast und wir dachten eigentlich, es geht heute super flockig, locker von der Hand. Ja, das war es ja auch. Es war im Endeffekt, es lief so locker flockig durch, wie du gerade gesagt hast. Die Cools haben natürlich sehr, sehr viel Zeit eingenommen, also das waren locker fünf Minuten. Ja, die kannst du ja nachher editieren. Natürlich, das werde ich machen, bestimmt. Ja, wenn ihr, liebe Hörer, die Cools noch hört, bedankt euch bei Klaus. Er hat sich nicht die Arbeit gemacht und alle rausgeschmissen. Ich frage mal bei iZotope an, ob sie mir irgendwie eine Beta von RX9 schicken können. Da ist ja der D-Cooler drin und dann muss ich das nicht machen. Genau, frag mal an, das ist eine Marktlücke, würde ich mal sagen. Das kommt irgendwann, ne? Also wir hatten ja schon mal das Thema künstliche Intelligenz, es wird irgendwann mit Spracherkennung und allem, da wirst du bestimmte Sachen, zum Beispiel sowas, öh, wie geil wäre das, wenn das automatisch geschnitten wird. Ja. Der D, die öh. Die R, ja, finde ich gut. Ja. Also Top, ich hoffe, ihr schreibt mit. Ja, wir geben ihr Inspiration. Ja, dann, vielen lieben Dank an euch da draußen, dass ihr bei diesem supercoolen Podcast dabei wart. Das war Absicht. Klar war das Absicht. Sicher. Und, ja, kauft das Hub versandkostenfrei unter soundrecording.de slash shop. Kommt zum Workshop, eure Infos findet ihr auch auf soundrecording.de. Folgt uns überall, wo ihr uns folgen könnt und uns sowieso schon folgt. Schaut Eishockey WM am Samstag, Halbfinale Deutschland gegen Finnland. Emotionen pur. Gestern, äh, bin ich ausgerastet als Marcel Nöbels im Shootout den Siegtreffer erzielt hat. Äh, genau. Folgt mir auf Instagram, folgt Klaus auf Instagram und happy producing und danke und Ende. Genau. Schreibt uns gerne an, wenn ihr irgendwie Lob, Kritik, sonst welche Wünsche habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr immer dabei seid. Vielen lieben Dank an dich, Marc. Vielen lieben Dank an den Gast, der nicht dabei war. Genießt das schöne Wetter und bis nächste Woche. Ja, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Achso, ich rieche Fischstäbchen und ich habe meinen Bauch. Die riechst du noch nicht. Die muss ich jetzt gleich in die Pfanne schmeißen. Na, aber ich rieche die bei mir. Ah. Dann lass es dir schmecken. Untertitelung des ZDF, 2020